Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. In der 68. Märchensammlung gibt es vier hübsche Geschichten von Frieder Schanz. Eigentlich sind alle auch etwas für kleine Zuhörer. Die letzte ist allerdings eine Erzählung und könnte, auch wenn sie ein gutes Ende nimmt, etwas zu dramatisch für Kinder sein. Wenn du kein Märchen mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der goldene Reifen In einem Dorf, an einem tiefen, rauschenden Fluss, lebte einmal eine arme Witwe. Die hatte einen blondlockigen, lieben kleinen Buben, der ihr ganzes Glück und ihre ganze Seligkeit war. Sie hatte weiter nichts als ihn auf der weiten Welt. Von früh bis spät arbeitete sie schwer, oft in hartem Tagelohn, um Geld für sich und ihren Gärt zu verdienen. Aber wenn der Abend kam, war sie wohl matt, doch niemals müde, denn nun ging erst ihre seligste Zeit an. Sie liebte den Buben so sehr, dass ihr das Herz laut klopfte vor lauter Lust, wenn er ihr mit hellem Jubel die Dorfstraße entlang entgegensprang, wenn sie die blonden Löckchen wehen und die roten Bäckchen leuchten sah. Von fern breitete er ihr die Arme immer weit entgegen und sein »Mutter, Mutter« klang weithin durch die Abendluft. Jubelnd hob sie den Jungen dann immer hoch in die Höhe und beide küßten und herzten einander und wussten sich nicht zu lassen vor Glück. Die Nachbarn, bei denen Gärt den Tag über in Kost und unter Aufsicht war, waren nicht gerade böse, aber doch kurz angebunden und rau. Wie wohl tat danach der Mutterkuss! Wie weich schmiegte sich's in den Mutterarm! Nichts Schöneres konnten sie sich beide denken, als so gemeinsam nach Haus, in die winzige Hütte unter dem riesigen Holunderbaum zu eilen, das Abendsüppchen gemeinsam zu kochen. Gärt reichte der Mutter alles zu, dann am Tisch zu sitzen, zu beten, zu essen und fröhlich zu plaudern von allem, was der Tag gebracht. Lag der Junge dann endlich zu Bett, so kam noch die allerschönste Viertelstunde, das allersüßeste Liebhaben. Die Witwe fühlte die große Traurigkeit, dass ihr lieber Mann gestorben war, in solchen Stunden viel sanfter und leichter in ihrem Herzen. Gärt lag so schön in seinem reinen Bett. Sie hielt sein weiches Händchen, bis er eingeschlafen war, und im Schlafe noch murmelte er, Mutter, mein Mutterlie, lieb! Wie getrost schlief sie dann ein auf ihrem harten Lager, dicht neben ihres Kindes kleinem weichem Bett. Der liebe Schelm sollte es gut haben, soweit es in ihrer Macht stand. Das hatte sie sich fest vorgenommen, in der traurigsten Stunde ihres Lebens, als die schwarzen Männer ihren lieben Mann, der sein Söhnchen gar lieb gehabt, im engen Sarge hinaus auf den Friedhof trugen. Nein, Gärt, des Vaters Stolz und Glück, sollte es nicht fühlen, dass der Erhalter und Ernährer der Familie davongegangen war, zur ewigen Ruhe. Sie wollte schaffen und sorgen, nicht nur für die äußerste Notdurft. Nein, Gärt sollte auch Freude haben, sollte lachen und fröhlich sein wie andere Kinder. Seine Kleider hielten die fleißigen Mutterhände immer besonders nett, reinlich und hübsch. Gärt war ein sehr schönes Kind. Die Frau staunte oft und fragte sich, woher diese Lieblichkeit in ihre arme Hütte komme. Wie ein kleiner Print sei er aus mit dem Lockengekreuse, den klarblauen Augen und dem zarten, edlen Gesicht. Um keinen Preis hätte sie ihn in schlechten, zerrissenen Sachen sehen mögen. Lieber saß sie halbe Nächte lang stichelnd beim trüben Lampenlicht. Und Gärt freute sich immer königlich über seinen sauberen Staat und schonte ihn wohl. Er freute sich über alles, was die geliebte Mutter für ihn tat, ihm brachte und gab. Ein Apfel, eine Handvoll Kirschen, ein Wecken, ein Kreisel, oder, wenn dazu das Geld nicht langte, auch nur ein schillernder Stein, den sie auf dem Wege gefunden, oder ein Schneckenhaus, oder eine seltene Blume vom Wegesrand. Alles füllte das glücklichen Kindesherz mit hellem Jubel, mit seligem Dank. Wie konnte er jubeln und lachen? Wie traulich versprach er der Mutter in seiner zärtlichen Dankbarkeit, immer aufs Neue, auch ihr Freude zu machen, sein Leben lang, ihr zu gehorchen, immer da brav zu sein und zu bleiben. Wenn ich groß bin, fingen all die herrlichen Geschichten an, die er, auf ihren Schoß geschmiegt, ihr ins Ohr zu flüstern pflegte. Wenn er groß wäre, was wollte er dann alles für die Mutter tun? Sie hegen und hätscheln in einem wunderschönen Haus mit einem großen Garten. Er wollte einmal viel Geld verdienen, etwas Großes werden. Vorderhand sei nur mein liebes Kind und folge mir gut, sagte die Mutter und blickte stolz und froh in seine freundlichen, glänzenden Kinderaugen. Das wollte Gerd und das tat er auch, obgleich es manchmal sehr schwer war. Die Mutter verbot ihm in Freundlichkeit und Strenge gar manches, was andere Buben ungestraft und ungehindert taten, zum Beispiel über Zäune in anderer Leute Wiesen und Gärten zu steigen, mit armen Leuten Schabernack treiben, Vogelneste auszunehmen und solche Dinge mehr. Dass dies alles unrecht und hässlich sei, sah Gerd auch völlig ein. Aber ein anderes Gebot zu befolgen, ward ihm schwer. Dem Flusse, der mit eiligen, vollen, großen Wogen vorbeirauschte, nicht zweihundert Schritte weit von ihrer Hüttentür, an dessen Ufer das Erlen- und Weidengestrüpp so wundervolle, schmale, wirre Wäldchen bildete, auf dem Boote und Flöße dahin glitten, der den Mond und die Sonne widerspiegelte, der schillern und glitzern konnte bald wie Stahl, bald wie Silber, bald wie Gold. Dem geliebten, wunderbaren Flusse, in den die anderen barfüßig hineinschritten, an den seichten Uferstellen viele Schritte weit, plätschernd und spritzend, auf dem sie ihre Schiffe schwimmen ließen und aus dem Angler an langer, dünner Schnur die zappelnden Fischchen zogen. Dem Flusse sollte er sich nie und niemals nahen, außer an der Mutter Hand. Das hatte er fest und ernst versprechen müssen. Nicht einmal auf den saftgrünen Weidewiesen, die sich längs des Flusses ausbreiteten, durfte er spielen, um ja nicht in die gefährliche Nähe des Wassers zu kommen. Nur von den Sonntagsgängen mit der Mutter kannte er die Blumenpracht, das Käferschwirren und den Libellentanz auf den Wasserwiesen. Ein Sandpfad führte vom Dorfe her, quer durch dieselben nach dem Uferrand. Den sah er oft an den einsamen, langen Tagen sehnsüchtig entlang. Das Lachen und Plätschern der anderen Kinder drang dann manchmal lockend zu ihm herauf. Einen Augenblick, dachte er wohl öfters, die Mutter sei gar zu streng und gar zu hart. Aber gleich darauf fielen ihm immer die lieben, zärtlichen Worte ein, mit denen die Mutter ihn gewarnt hatte und er hätte dann vor lauter Liebe nur rasch zu ihr eilen mögen, sie abzudrücken und abzuküssen und ihr seine Gedanken abzubitten. Was sollte denn aus ihr werden, wenn ihr kleiner Gerd ins Wasser fiel, hatte sie gesagt. Wen hätte sie dann auf der Welt? Für wen sollte sie leben? Wer sollte sie küssen und streicheln? Ganz kalt ward es dem Jungen, wenn er daran dachte. Sein Mütterlein ganz allein und er da in der kalten, tiefen, tiefen Flut, bei den Nixen vielleicht, von denen die Nachbarsfrau einmal erzählte. Den Wasserfrauen mit den eiskalten Händen, den kalten Herzen, den nassen Kleidern und dem nassen Haar. Vor diesen hatte er ein eigenes, tiefes Grauen. Und das war sein Trost, wenn die Sehnsucht nach dem verbotenen Spiel am Flusse gar zu mächtig über ihn kam. Er konnte es aushalten, dass die Kinder unten am Ufer kreischten und schrien bei ihrem lustigen Spiel. Spielsachen hatte er auch. Einen Kreisel, einen alten Ball, ein Peitschchen, ein Fähnchen, das ihm die Mutter einmal gemacht hatte. Daran hatte er seine große Freude. Seine größte Lust aber war der Abend, die Stunde, wenn die Mutter kam. Einmal stand Gerd mit besonderer Unruhe, mit besonders heißen Bäckchen lauernd und harrend an der Wegstelle, bei dem großen Heckenrosenbusch, wo er immer auf die Mutter wartete. Mit hellem Ruf flog er dann, als die Liebegestalt von Weitem sichtbar wurde, auf sie zu. Mutter, Mutter! Er hatte es furchtbar eilig zu berichten, was ihm heute geschehen war. Ein zierliches Schiffchen aus schimmernder Perlmutter, fein und künstlich geschnitt, hielt er dabei hoch in die Höhe. Das hatte ihm eine schöne, weiße, fremde Frau geschenkt, erzählte er atemlos. Die war zu ihm gekommen, als er am Nachmittag ganz allein in der Stube war. Die Nachbarin war gerade auf dem Felder, ihre großen Buben waren am Wasser. Ganz still war's und auf der Straße brannte die Sonne so heiß. Da war er in die Stube hineingegangen, hatte sich an den Tisch gesetzt und mit dem kleinen Papierschiff gespielt, das ihm die Mutter gestern Abend aus einem Stück Zeitung so schön geformt hatte. Und auf einmal stand sie daneben ihm, die fremde Frau. Wie sie in die Stube hereingekommen war, hatte er gar nicht gesehen. Sie sah ganz anders aus, als die anderen Frauen. Ihr weißes Kleid hing voll glitzernder Dinger, wie Wassertropfen, aber es waren ganz durchsichtige, sonnenhelle Steine, wenn man sie genauer ansah. Und sie sprach auch anders als alle anderen. Leise, ganz leise. Es klang schön und sie sagte so freundliche Worte. Kleiner Gerd, hatte sie gesprochen. Dein Schiffchen da ist lange nicht hübsch genug für dich. Sieh, ich hab dir ein viel hübscheres mitgebracht. Willst du mich nicht einmal besuchen in meinem Schlosse, Kleiner Gerd? Ich hab dich lieb. Ich hab dich schon oft von Weitem gesehen. Und da fragte ich, erzählte Gerd seiner Mutter, wo ihr Schloss läge, und sie sagte, es führe ein goldener Weg durch den Fluss zu ihm hinunter, da, wo der Weg unten aufhört, beim alten Weidenbaum. Darf ich einmal hin, Mutter? Ein einziges Mal. Ich sagte, ich dürfe nicht, ohne dass ich dich gefragt hätte. Aber wenn sie dabei ist, dann darf ich doch? Nicht wahr? Du erlaubst es mir, meine liebe, gute Mutter. Gerd war erschrocken über das heftige, entschiedene Nein, unter gar keinen Umständen. Nie, niemals, Gerd! Dass die Mutter auf seine Bitte sprach. Sie riss ihn an sich, ganz anders als sonst, und viel, viel fester drückte sie ihn an ihr zärtliches Herz. Und doch sprach sie dabei so streng. Nie wieder sollte Gerd mit der fremden Frau sprechen. Nie, nie sich verleiten lassen, mit ihr an den Fluss zu gehen. Ein Schrecken und Grausen lag in der Mutter Gesicht. Sie war ganz bleich geworden. Eine große, unheimliche Angst war plötzlich in ihr erwacht. Kein Zweifel, es war die Nixe des Stromes, die sich in ihre Abwesenheit in ihre Hütte geschlichen und die sich in ihres Lieblingsherds einzuschleichen suchte. Die Nixe, die Kinder so liebte, die sie lockte mit süßem Gesange und lieblichen Gaben in den sicheren Tod. O Gerd, gib das Schiffchen her, wirf es ins Wasser, da in den tiefen, tiefen Brunnen hinein, nimm nie wieder etwas an, bat die Mutter ihren Jungen. Aber Gerd hielt sein kleines neues Spielzeug mit beiden Händen fest. Mutter, oh, nimm es mir nicht weg, bitte, bitte lass es mir, rief er, und es lag ein solches Betteln und Flehen in seinem Stimmchen. Aus seinen Blauaugen quollen so große, dicke Tränen, dass die arme Frau nicht den Mut fand, ihren Willen durchzusetzen und ihrem Liebling Wehe zu tun. Es wäre der erste Schmerz gewesen, der das glückliche Kind getroffen hätte. Nein, sie konnte, sie konnte nicht. Gerd bat gar zu sehr, und er war beinahe scheu diesen ganzen Abend, sprach nicht viel, streichelte nur immer liebkosend sein Schiffchen und blickte die Mutter verstohlen forschend an, ob er auch sicher sei, dass sie ihm sein Schatz nun ließe. Nicht einmal im Bett wollte er es hergeben, kaum so lange um die Händchen zu falten zum Gebet. Die Mutter beruhigte ihn endlich. Er solle sein Spielzeug behalten, sie nähme es ihm nicht weg, er solle nur ruhig sein. Aber traurig klang ihre Stimme, als sie die Worte sprach. Eine bange, bange Angst füllte ihr das Herz. Sie konnte sich von dem Anblick ihres Herzens Buben, der nun friedlich und fröhlich einschlief, gar nicht trennen an diesem Abend. Ängstlich schärfte sie den Nachbarn am nächsten Morgen ein, gut Acht auf ihren Liebling zu geben, ihn bei sich im Zimmer zu behalten oder höchstens draußen im Gärtchen oder auf dem belebten Dorfplatz spielen zu lassen. Gärt selbst bekam noch eine ganze Menge strenger Gebote. Strax solle er davonlaufen, wenn die fremde weiße Frau sich wiedersehen ließe. Nie antworten solle er auf ihre Reden, nie nie etwas von ihr annehmen, nie mit ihr gehen, ihr vor allem nie und nimmer die Hand reichen, da sie dann Macht über ihn gewinne. Dass er das Wasser auch in Zukunft meiden solle, das verstand ist. Versprichst du mir alles das, Gärt? sagte die Frau und nahm ihren Liebling, ehe sie von ihm ging, noch einmal liebkosend auf den Schoß. Aber Gärt sah sie gar nicht zärtlich an wie sonst, sondern mehr ängstlich und tief erstaunt. Warum bist du so? Warum bist du nicht lieb? fragte er beklommen und die dicken Tränen stiegen ihm schon wieder in die Augen. Es war schwer für die Mutter, dem Kind klar zu machen, was ihr selbst kaum klar war. Und schwer war es ihr, heute von ihm zu gehen. Schwer war ihr der lange, mühselige Arbeitstag. Oh, hätte doch Gärt bei ihr sein können. Aber der Bauer, für den sie arbeitete, war streng und wollte durchaus keine fremden Kinder auf seinem Hofer. So sehnsüchtig hatte sie nie des Tages Ende herbei gewünscht. Sie hatte den ganzen Tag gesonnen, was sie ihrem Herzensbuben wohl zuliebe tun könnte, dass er ihr wieder ganz gut werde. Die scheuen, vorwurfsvollen Blicke Gerts gingen ihr gar nicht aus dem Sinn. Eine recht große, große Freude hätte sie ihm machen mögen, so groß, dass sie sann und sann und endlich fiel ihr auch etwas Schönes ein. Ein Topfhändler hielt heute im Dorf, der hatte goldgelbe Schüsseln und Teller und Töpfchen mit großen bunten Blumenmustern zum Verkauf. Das Herz lachte einem bei ihrem Anblick, so lustig sahen sie aus. Ein solches Essschüsselchen sollte Gerd haben. Sie musste dann freilich noch ein Weilchen warten, bis sie sich das neue Tuch kaufen konnte, das sie nötig brauchte. Aber was schadete das? Schon von weitem hielt sie abends ihrem lieben Buben die Blumenschüssel entgegen, die sie für ihn gekauft hatte. Wie seltsam! Gerd sah sie und lachte und jubelte doch nicht. Überhaupt, wie seltsam war sein Gebaren! Langsam und verlegen kam er ihr entgegen. Sie sah, er trug etwas unter der Schürze versteckt. Ein schimmernder Glanz breitete sich aus, als er den Schürzenzipfel vorsichtig hob. Mutter, ich habe schon selber eine Schüssel, sagte er kleinlaut. Von der Frau, ich konnte nichts dafür, sie brachte sie mir. Ich war im Garten, da stand sie auf einmal da. Sie war so gut, Mutter, ach, sie war so gut. Und sieh doch, sieh doch meine Schüssel an, daraus soll ich alle Tage essen. Geld, die ist schön, ist sie nicht schön? Ja, sie war schön. Die Mutter musste es wohl zugeben, wie traurig sie auch das herrliche Gefäß besah. Die bunte Tonware, die sie ebenso freudig eingekauft hatte, war grob und hässlich gegen dieses Perlmutter schillernde, kostbare Gefäß, auf dem Fische und Wasserpflanzen und Libellen in großer Zahl mit feinen, bunten Strichen wunderbar deutlich und niedlich nachgebildet waren. Man konnte sich nicht sattsehen an der Zierlichkeit und Pracht und doch bat die Mutter ihren Jungen herzlich, ihr die Schüssel zu geben und die bunte Tonschüssel vom Topfhändler dafür zu nehmen. Er sollte nicht aus der Schüssel der Nixe essen. Eine bange Ahnung sagte ihr, es sei nicht zu seinem Heil und sie wollte und wollte es nicht. Dann begann derselbe Kampf wie gestern. Gerd drückte die Schüssel mit beiden Händen fest ans Herz und in seinen Augen malte sich ein so großes Weh, dass die Mutter ihn mit freundlichen Worten beruhigen und ihm erlauben musste, die Nixengabe zu behalten. Er aß seine Abendsuppe daraus und mit jedem Löffel, den er aß, wurden seine Augen glänzender, sein kleiner Mund gesprächiger. Wunderbare Dinge fielen ihm wieder ein, die die Nixe ihm heute erzählt, von Gärten mit goldenem Sander und muschelgefassten Beeten, auf denen die wunderbarsten Seeblumen wuchsen. Einmal Mutter musst du mich hin lassen, sagte er, ich muss einmal hin. Da flehte sie mit der ganzen Kraft ihrer Mutterliebe, Gerd solle sich diese Gedanken aus dem Kopf schlagen, solle ihr gehorsam sein. Selbst als er schon im Bette lag, sprach sie noch immer auf ihn Gerd sah noch im Schlummer aus, als wäre sein ganzes Herz eine einzige Sehnsucht nach den Wundergärten im Wasserschloss. Nicht friedlich und blühend wie sonst lag er da. Er zuckte und flüsterte unverständliche Worte im Schlaf. Seine runden Wangen waren bleich, seine Händchen trocken und heiß. Ein unsäglicher Groll gegen die Fremde, die ihres Lieblings Ruhe gestört hatte, fasste die arme Frau. Und dieser Groll ward schlimmer und schlimmer von Tag zu Tag. Keine ruhige Stunde hatte die Witwe mehr bei ihrem mühseligen Tagewerk. Wie dringend sie auch den Nachbarn ans Herz legte, ihren Gerd zu hüten, ihn nie allein zu lassen. Die Nixe wusste sich doch auf unbegreifliche Weise in einem unbewachten Moment an ihn heranzuschleichen, ihm lockende, kosende Worte zuzuflüstern, ihm Gaben ins Händchen zu legen, von nie gesehener, zarter Schönheit. Jeden Abend war etwas Neues da. Das derbe, einfache Spielzeug, mit dem Gerd früher so glückselig gespielt, galt ihm nun nichts mehr. Es gab bald nichts mehr, womit seine arme Mutter sein Herz erfreuen konnte. Sie gab ihre letzten Pfennige hin für buntes Spielzeug, sie hätte ja ihr Herzblut hergeben mögen für ihr Kind. Aber Gerd sah die ärmlichen Spielsachen, die sie ihm brachte, überhaupt nicht mehr an. Solches Spielzeug, wie es die Nixe ihm brachte, hatte kein Königskind. Schillernde Becherlein von durchsichtigem, feinem Glas, glitzernde Perlen, die er nicht müde ward, immer von Neuem an lange Fäden zu reihen, winzige Häuschen und allerlei kleines Schiffergerät aus Perlmutter, Bälle, die wie Seifenblasen aussahen und sich doch weich und fest anfühlten, die hoch in die Luft flogen und doch immer wieder in des Kindes Hand zurückkehrten zu neuem Spiel. Das Kindesherz Sechse sei gut, die rede nur freundliche liebe Worte, die sähe ihn voll Liebe an. Er wolle zu ihr, schrie er, wenn die Mutter streng und ernst mit ihm zu reden versuchte. Zu ihr, zu ihr. Ja, die Sehnsucht des Kindes nach dem Wunderreichen der Wasserflut wurde von Tag zu Tag größer. Gerd war bald nicht mehr das gesunde blühende Kind von einst. Seine Bäckchen wurden immer schmaler und weißer, seine Augen immer leuchtender und größer. Er wachte oft mitten in der Nacht aus fieberhaften Träumen auf, in denen er das Reich der Nixe in leuchtenden Farben deutlich gesehen hatte. Dann konnte ihn die arme Mutter kaum beruhigen. So heiß war seine Sehnsucht, so wild war er erregt. Sie nahm ihn zu sich ins Bett, beruhigte, streichelte und küsste ihn leise und zart, bis er wieder in Schlaf verfiel. Aber ihr eigener Schlaf war fort. In Tränen und Gebet und angstvoller Sorge verbrachte sie die Nächte. Was sollte daraus werden? Sie wusste, was da lockte aus dem Reiche der Wellen, das war der sichere Tod. Aber wie sollte sie ihr Kind vor dem Verderben schützen? Es Es hatte ihr nicht einmal geholfen, wenn sie Gerd, den Drohungen des Bauern zum Trotz, auf den Bauernhof mitnahm, auf dem sie arbeitete. Ja, nicht einmal, wenn sie, um ihr Kind zu schützen, zu Hause blieb, wie sie es einmal versuchte. In einem Augenblick, den er gerade unbewacht verbrachte, war die Nixe bei ihm, und irgendein wundervolles kleines Geschenk lag in seiner Hand. Niemand erblickte sie außer ihm. Nur ein weißes Leuchten sah die Mutter einmal noch im Hüttenflur und ein lockendes Süßes »Komm, komm« klang leise wie zarte Musik an ihr Ohr. »Er ist verloren. Er muss diesen Rufen und Locken endlich einmal folgen«, dachte die Mutter oft in bitterem Gram. Wie ein Bild der Sorge sah die Frau aus. Bleich und Hager, alle Freude, aller Friede waren aus der Hütte unter dem Holunder Strauch geschwunden. Und wie schön war einst alles gewesen. Wie schön konnte alles noch sein. Gerd wurde am Johannestag sechs Jahre. Sein Geburtstag war sonst immer ein seliger Tag gewesen für Mutter und Kind. Ein großer Semmelwecken schmückte dann immer früh den weiß gescheuerten Tisch. Ein Kranz von Kornblumen und Klatschrosen lag ringsherum. Ein kleines Spielzeug oder ein paar Schuhe oder ein neues Kittelchen lachte dem Geburtstagskind entge entgegen. Wie hatte Gerd an solchen Tagen immer gejauchzt, sein Mutterlein abgedrückt und geküsst. Diesmal wurde es ganz anders. Gerd bekam seinen Kranz und seine Wecken, sogar eine Schiefertafel und einen goldbeklebten Stift, denn im Herbst sollte er ja nun in die Schule gehen. Aber müde und gleichgültig sah das blasse, zart gewordene Kind alle diese Herrlichkeiten an. Es war, als könne er mit seinen Gedanken gar nicht mehr richtig auf der Erde sein, als blicke er mit den verträumten, sehnsüchtigen Blicken über alle Dinge hinweg in eine weite, schimmernde Ferne, wo alles viel, viel schöner war, als im armseligen Mutterhaus. So traurig war die Mutter noch nie an ihre Arbeit gegangen als an diesem Tag. So herzbrechend hatte sie noch nie geweint auf ihrem langen Weg durch die taublitzenden morgenfrischen Felder. Die Tränen linderten wohl ihren Schmerz, aber die schwere ängstliche Sorge blieb doch und wollte nicht weichen. Oh, nur einmal noch ihr Herzblatt zurückhaben, wie sie es früher hatte, ganz für sich, nur einmal noch sein helles unschuldiges Lachen hören, nur einmal noch ihm eine Freude machen, groß, unbeschreiblich groß. Wie ein Blitz kam ihr da ein freudiger Gedanke. Beim Krämer hatte sie gestern einen bunten Reifen gesehen, der freilich viel zu teuer war für ihre Armut. Aber es schadete nichts. Gerd sollte ihn dennoch haben. Sie wollte gern allerlei entsperren, was sie nötig brauchte. So mitten am Tag, wenn er es gar nicht erwartete, müsste er das Spielzeug bekommen, dachte sie. Und von diesem Augenblicke an hatte sie keine Ruhe mehr. Ihr Herz schlug so laut in ihrer Brust. Die Liebe zu ihrem Kinde wuchs so groß, eine Sehnsucht nach seinem Anblick erwachte in ihr. So heiß, so unbeschreiblich, unbegreiflich mächtig. Sie konnte ihr nicht widerstehen. Lange ehe die Mittagsglocke schlug, warf sie die Sense ins Feld. Und wenn sie der Bauer für immer aus dem Tagelohn schickte, wenn sie sich neue Arbeit suchen müsste irgendwo, sie konnte nicht bleiben, sie konnte nicht widerstehen, es trieb sie heim zu ihrem Herzbuben mit Macht. Eilig wurde im Vorübergehen der bunte Reifen gekauft. Der war so schön, alle sieben Regenbogenfarben waren darauf gemalt, der musste Gerd entzücken. Atemlos eilte sie auf die Hütte zu. Da stand Gerd im hellen heißen Sonnenlicht vor der Tür, weiß wie Schnee, aber stolz und glücklich. Sein Gesichtchen eitel Geburtstagsseligkeit. Einen Reifen hielt auch er in der Hand, einen goldenen, blinkenden, funkelnden Reifen. Mutter, den hat sie mir gebracht, oh sieh doch, ist der nicht schön? rief er jauchzend. Er sah den bunten Holzreifen, den die Mutter ihm brachte, gar nicht an. Ich soll ihn rasch versuchen, erzählte er atemlos, stellte sein goldenes Spielzeug zum Laufe zurecht und hielt frohlockend sein goldenes Stäbchen in der Hand. Oh mein Gerd, tu es nicht, nimm meinen, lass diesen, sei mein liebes gutes Kind, flehte die Witwe und in ihrer Stimme, in der das höchste Leid zitterte, lag wohl etwas, was wie ein Weckruf in des Kindes Seele drang. Er sah die Mutter einen Augenblick an, wie aus einem Traum erwachend. Dann gleich, Mutter, rief er zärtlich und gut. Ich muss nur diesen erst rasch versuchen. Ich muss, ich muss, sie hat es mir gesagt. dabei trieb er, ehe die Mutter es hindern konnte, den Reifen an mit einem kräftigen Schlag. Und der Reifen begann zu rollen und Gerd jagte ihm nach. Und wie von selbst immer weiter und weiter rollte das Goldene rund an den Häusern entlang, auf den Wiesenweg hinab, der zum Flusse führte. Gerd, halte, steh, so höre doch, der Reifen rollt ins Wasser, rief die Frau mit lauter, gellender Stimme voll Todesangst. Aber Gerd dachte nicht daran, stillzustehen. Im windschnellen Lauf, mit flatternden, wehenden Locken, jagte er unaufhaltsam dahin. So geschwind die Frau ihm auch folgte, das Kind schien plötzlich so leicht zu sein wie eine Blüte, die der Wind dahin weht. Der Reifen rollte, rollte und zog ihn nach sich. Die grün-blaue Flut tat sich plötzlich auf und ein goldener Weg ward sichtbar, abwärts führend, weit, weit, wie in die Unendlichkeit. Die Mutter hat ihr Kind noch zur rechten Zeit erhascht. Sie waren schon beide in der kalten Flut. Die Nixe hatte ihrem Liebling schon die Arme entgegen gebreitet und einen Augenblick rangen die beiden Frauen um das geliebte Kind. Da schrie die Mutter in ihrer Todesangst gellend auf Mein Kind, mein Kind und erfasste dabei fest ihres Lieblings Hand. Die Nixe hatte sein anderes Händchen ergriffen, die Berührung aber durchschauerte den Knaben eisig kalt. Mutter, Mutter, rief er auf einmal, die warme Hand der Mutter fest umfassend, ich will zu dir. Und der wonnige Klang dieser Worte gab der Witwe neue Kräfte. Sie stieß die Nixe zurück und kämpfte sich mächtig durch die Wellen ans Ufer, das schon erstarrte, todblasse, eiskalte Kind auf dem Arm. Ich erwecke es schon, ich rette es schon, dachte sie, als sie es an ihrem warmen Herzen durch die flimmernde Sommermittagsglut in rasender Eile in ihrer Hütte trug. Ihr Herz war getrost. Mit Ruhe und Umsicht, trotz aller Eile, traf sie alle Veranstaltungen den ertrunkenen Liebling zu beleben und ihr Reiben und Wärmen und Streicheln hatte bald Erfolg. Gerd schlug die Augen auf und mit unbeschreiblicher Lieber. Stumm und groß, als ob sie sich nicht mehr losreißen könnten, hingen seine glänzenden klaren Blicke an dem Muttergesicht. Mutter, du bist gut, du bist so warm, du bist die Beste, ich bleibe bei dir, sagte er, und dann hielten sich Mutter und Kind umschlungen, süß und fest, in einer langen, langen Umarmung. Die Mutter hatte ihren Herzensbuben wiedergewonnen. Er lag wohl ein paar Tage lang krank in Fieber und Schmerzen, aber in der kleinen Krankenkammer herrschte doch ein wunderbarer seliger Frieder. Gerd mochte die Mutterhand kaum loslassen, die Blicke nicht losreißen von dem Muttergesicht. Seit der eisigen Berührung der Nixenhand hatte ihn ein Schauer erfasst gegen die Freundin aus der Todbringenden Flut. Er mochte alle die schimmernden Spielsachen nicht mehr sehen, die sie ihm geschenkt, selbst den Reifen nicht, der geheimnisvollerweise am Abend des Johannistages vor der Schwelle der Hütte lag. Alle die lieben, alten Spielsachen kamen wieder an die Reihe und wurden wie nach langer Trennung selig begrüßt. Über den Holzreifen mit den sieben Regenbogen Farben war des Jubelns und Dankens kein Ende. Da kam der armen Frau sehr selbstverständlich die Idee, die kostbaren Spielsachen, die ihr Prinzchen nicht mehr haben mochte, zu verkaufen. Dass sie solch eine Menge Geld vom Goldschmied in der Stadt dafür bekommen würde, hätte sie nicht im Traume geahnt. Sie fiel beinahe um vor freudigem Schreck. Oh, was konnte sie nun für ihren Liebling tun? Ihn etwas Tüchtiges lernen lassen, weit, weit weg ziehen mit ihm von dem gefährlichen Fluss. Das war ein froher Abend, als sie mit ihrem großen Korb voll guter Dinge nach Hause kamen, von diesem gemeinschaftlichen Gange. Wie haben sie sich lieb gehabt, geherzt und geküsst und dazu geplaudert und gelacht. wie innig und glückselig klang's meine Herzensmutter, mein Herzensbub. Eine Weihnachts- und Engelsgeschichte In den lichten Räumen des Himmels, unter den seligen Scharen der Engel, herrschte eine stille frohe Geschäftigkeit. Die heiligste Erdennacht, die Nacht, in der das Christkindlein einst im Stalle zu Bethlehem zur Welt kam, naht heran. Da falten die Kinderchen, ehe sie abends einschlafen, alle noch einmal die Hände und vertrauen dem lieben Gott ihre heimlichsten Wünsche an. Die Engel aber haben gar viel zu tun, um jedem der kleinen Erdenbürger gerade das zu schaffen und vorzurichten, was die Herzchen haben möchten. Als Oberaufsicht über die fleißigen Scharen, die freudig und unermüdlich ihre treuen Hände rühren, hat der liebe Gott den Weihnachtsmann angestellt. Das ist ein steinalter bärtiger Herr, der immer etwas ernst und grimmig tut, aber doch die beste Seele ist, die man sich denken kann. Herrlich versteht er es, den kleinsten Engelsfingerchen zu lehren, wie man Puppenwangen hellrosig anmalt und aus spinnwebfeinem Seidenzeug Puppenkleider näht. Den Großen unter der Engelschar sagt er, wie viel Schlittschuhpaare, Trommeln, Soldatenmützen und Baukasten nötig sind, um alle jungen Herzen auf Erden zufrieden und froh zu machen. Er weiß es ganz genau, welches Spiel die Bürschchen gerade am liebsten haben und erzählt die Nüsse und Äpfel ab und taucht sie in den Goldglanz des Himmels, um sie recht blitzend und leuchtend zu machen. Während die Engel so tätig sind, um die Kinder in der Christnacht zu beglücken, geht ein heimliches, seliges Flüstern durch ihre Reihen. Sie sprechen von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, von der Erdenkinder Tugenden und Fehlern und von der Seligkeit, die darin zu sorgen, anderen Freude und Glück zu bereiten. Ein einziges Engelchen spricht nicht mit, rührt auch die zarten Finger kaum. Es ist das Seelchen eines jüngst verstorbenen Mägtleins und ist erst seit gestern im Himmel. Ja, eigentlich ist's nur auf Probe hier, denn es war auf Erden leider nicht das Bravste und gehört von Rechts wegen gar nicht in die himmlische Herrlichkeit. Nur auf seine Bitten und auf das Bitten seines Mütterchens, das so traurig auf Erden zurückgeblieben ist, hat der liebe Herrgott ihm Einlass gewährt. In die große, wunderbare Pracht und Schönheit des Himmels kann sich das Kleine noch kaum finden. Träumerisch spielt es mit dem Püppchen, dem es den Floarrock mit Goldflitter besetzen soll. Und wie es das Spielzeug betrachtet und das dazu, welches seine Genossen in den Händen haben, wird ihm ganz sehnsüchtig zumute und weinerlich sagt es, bekommen wir denn hier auch zu Weihnachten beschert? Ein holder ernster Mädchenengel, der gerade vorüber schwebt, streift ihm sanft über die heilen seidenweichen Härchen. Nein, du Kleines, sagt er mit liebem Lächeln, hier ist alle Tage Christfreude, alle Tage Jubel und Glück, wir leben und schweben in lauter Glanz und Schönheit, sehen den Heiland immer von Angesicht und wissen nichts von Leid und Schmerz. Aber so ein Püppchen, wie ich's auf Erden hatte, möchte ich gern, sagt das Engelchen wieder, dem seine Himmels Spielsachen nun auf einmal gar nicht mehr gefallen. Nein, Herzchen, diese Püppchen müssen die kleinen Erdenmädchen haben, du hast ja hier viel schönere Dinge, lautet die sanfte Antwort. Das Kleine hat leider ein ganz klein wenig von seinem irdischen Eigensinn mit in den Himmel genommen. Es war ja eben nur auf Probe da und noch nicht heilig fromm und gut wie die anderen. Ich will aber so gern eins haben, sagt es, indem es die blauen Augen bittend aufschlägt. Da schwebt der große Engel hinweg und liegt dann einen Augenblick lang bittend vor Gottes Thron. Darauf kehrt er mild und gütig lächelnd zu dem Engelchen zurück und sagt, »Du magst dies Püppchen haben, aber ein Mägtlein auf Erden wird nun nichts bekommen können.« Das Kleine hört kaum auf die letzten Worte. Es spannt die klaren lichtblauen Flüglein aus und flattert das Puppenkind ans kleine Herz drückend selig davon. Leicht wie ein Vögelchen wiegt es sich in dem klaren Glanz des Himmels Raumes. Jede schöne Blüte, jeden Stern zeigt es seinem Püppchen. Es ist, als sähe es nun erst selbst die unbeschreibliche Schönheit des Himmels. In den Glück über seine Puppe vergisst es aber ganz an den Gaben für die Erdenkinder mit zu arbeiten. Es tändelt und freut sich über die Maßen. Die anderen aber schaffen immer emsiger, immer liebevoller, denn die heilige Nacht rückt immer näher und näher. Nun geht auf Erden schon der letzte kurze Wintertag vor dem Hohen Feste zu Ende. Die Kinderherzen schlagen voll glückseliger Ungeduld, denn heute, ach heute, am lieben heiligen Abend sendet ja Gott seine Engel, die die Christbäume anzünden und darunter die ersehnten Gaben legen. In dem tiefblauen Abendhimmel blitzen nun schon die goldigen Sterne aus. Von den Türmen klingen die Weihnachtsglocken und die Kinder ducken sich in die Winkel und sagen mit heißen Wangen Gebete her, als könnten sie es sonst nicht aushalten vor Freude und Sehnsucht. Da schwebt endlich, unsichtbar für die Augen der Menschen, in feierlicher Pracht die Schar der himmlischen Boten hernieder. Ein paar leuchtende Engelsgestalten tragen die Christanne, an deren glanzig die Lichter für die Weihnachtsbäume der Menschen entzünden. Vor ihnen und um sie her flattern mit froh verklärten Gesichtchen die kleinen Engel, die Kinderseelen, reich beladen mit allerhand Spielsachen, mit Äpfeln und Nüssen und viel blitzendem, knisterndem, lustigem Kram. Friedlich liegt die kleine Stadt mit ihren schlanken, beschneiten Türmen, ihren spitzen Giebeln und den hellen Fenster rein zu Füßen der heiligen Schar. Nun verteilt euch, sagte eine Cherub zu den lieblichen Kleinen. Jedes bekommt seinen Auftrag und selig lächelnd schweben sie von dannen, um die Kinder, die Lieblinge des Heilands zu beglücken. Nur eins bleibt zurück, eins, welches keinen Auftrag erhalten hat. Es ist das Engelchen, welches sich das Püppchen wünschte und es auch erhielt. Und ich? fragt es ganz traurig und beklommen. Ja, du, sagt der eine schöne Mädchenengel freundlich ernst. Du hättest freilich gar nicht mitkommen sollen, denn du hast ja nichts für die Erdenkinder getan und das Püppchen, welches du verschenken solltest, wurde dir selbst geschenkt. Sieh dort, unter dem zackigen Giebeldach, wo das rötliche, kleine Lampenlicht flimmert, wohnt das kleine Mädchen, welches die Puppe eigentlich bekommen sollte. Flieg einmal hin und wenn du willst, so singe der Kleinen, welchen nun nichts erhält, wenigstens ein Weihnachtsliedchen vor. Damit senkten sich die holden Christboten in die schmalen Gassen der kleinen Stadt hernieder und das kleine Engelchen, welches allein und traurig zwischen dem Abendhimmel und der dämmernden Erde weilte, folgte der Weisung und schwebte langsamen Fluges auf das bezeichnete winzige Fenster zu. Da bildeten die Eisblumen eine so dichte, harte Kruste über dem Glas, dass ein Menschenkind schwerlich hätte durchschauen können. Das Engelchen aber fand vielleicht den Weg in das Stübchen, welches noch dunkel war und nur durch den Feuerschein vom Ofen her schwach beleuchtet wurde. Eine kleine Tanne stand auf dem Tisch und vor ihr saß mit gefalteten Händen eine blasse Frau und wartete, dass die Engel kommen und ihr das Bäumchen schmücken und anzünden sollten. In dem Winkel des Stübchens lag in ärmlichem Bett schlummernd und lächelnd ein Kind, dessen schmalem weißen Gesicht man es ansah, dass es eben von schwerer Krankheit genesen war. Oh, wenn die Engel ihr doch ein Püppchen brächten, sagte die harrende Frau leise vor sich hin. Sie hat es sich in allen ihren Schmerzen, in allen ihren Fieberträumen so sehr gewünscht. Dem Engelchen, das ungesehen in den Lüften schwebte, wurde es sonderbar zumute. Nein, nein, sie brachten ihr keins. Ach, und warum? Aus den weichen, feinen Falten seines lichten Gewandes zog es das eigene geliebte Püppchen im Flitterrock hervor. Wie lieb, ach, wie lieb hatte es das steife, leblose Ding mit seinem Wachskopf und den winzigen, drollig runden Händchen. Hergeben mochte es das teure Spielzeug nicht. Lange hielt es dasselbe still an sich gepresst. Es war so still, so still in dem kleinen Raum, dass man's deutlich hörte, wie die arme Mutter heimlich schluchzte und wie des schlafenden Kindes Atem ging. Nun aber verbreitete sich mit einem Male ein sanfter, trauter Glanz. Die Engel kamen und steckten brennende Lichtchen auf den Tannenbaum. Und ein Püppchen, ein Püppchen, sagte die Frau, halb fragend, halb bittend. Ein Püppchen, ja da lag eins, ein niedliches, herziges Ding unter dem Christbäumchen. Eben schlug das Kind im Bett die Augen auf und sah jubelnd auf die Gabe. Im letzten Augenblick, als die großen Engel sich schon wieder hinweg wandten und die Augen der Frau traurig auf den leeren Tisch starrten, hatte das Englein sich von seinem Liebling getrennt und ihn dem Kinde beschert, für das er bestimmt gewesen war. Von fern lauschte es nun auf den Jubel, auf das glückliche Plaudern von Mutter und Kind. Eine Seligkeit, die es bisher nie gekannt hatte, erfüllte es. Die wahre Seligkeit des Himmels zu geben, andere zu beglücken. Als um Mitternacht vom Tome herab die Posaunen den Menschen verkündeten, Friede sei auf Erden, schwebte das Engelchen mit seinen Genossen wieder der sternen funkelnden Himmels Heimat zu. Sie sahen die Erde unter sich ruhen, in ihrem weißen feierlichen Glanz, sahen die schweigenden Wälder, die gefrorenen Ströme und die lieben engen Städte, aus deren Straßen noch viele, viele Lichtlein blinken. Das ist flauter Liebe, sagte das Engelchen. Drum ist so hell und so warm, nicht wahr? Sein Herzchen schlug ihm in seliger Lust. Es fühlte, wie sein ganzes Wesen nun anders, reiner, heiliger geworden war. Es hatte seine Prüfung bestanden. Fortan war es nun nicht mehr auf Probe im Himmel, sondern durfte darin bleiben für immer und alle Ewigkeit. Der Mondschuster Die beiden Kinder des Glöckners waren einst an einem Mainachmittag weit von ihrem Hause fortgegangen. Mitten im tiefsten Walde wussten sie eine Stelle, wo sie gar zu gern weilten. Dort ließen die Bäume eine goldgrüne saftige Wiese frei, auf der im Frühling Schlüsselblumen und Erdbeerblüten nickten und die im Sommer überreiche Mengen roter Beeren trug. Über den süßen Blüten dieser Wiese schwebten die schönsten bunten Falter und wenn man still im Grase lag und lauschte, so hörte man vom Wald herüber das Hämmern des Spechtes und im Frühling das Locken der Nachtigall. Die Kinder hatten Hand in Hand zu lange auf ihrer lieben Wiese gesessen, sich die Köpfe von der Sonne bescheinen und die Bäckchen vom sanften Wind umwehen lassen. So kam es, dass sie ein wenig zu spät an die Heimkehr dachten. Als sie mitten im Walddickicht waren, sank schon die Sonne und nun war es schwer, den schmalen Pfad wiederzufinden, der nach dem Dorfe führte. Das Lorle, das klug und bedächtig war, tröstete zwar den ängstlichen Kleinen und meinte, es könne den altbekannten Weg nicht fehlen. Wenn du weinst, Heinz, so lachen dich die Vögel und die kleinen Mäuse aus, ein so großer Junge wie du bist. Das leuchtete dem furchtsamen Bübchen ein. Es trocknete die großen Tränen und ließ sich geduldig weiterführen. Aber so recht sicher war das Lorle doch nicht, ob sie wirklich den richtigen Weg einschlug. Der Mond, der voll und groß hinter den Bäumen herauf gestiegen war, gab allen Dingen ein so seltsames Aussehen. Kein Busch schien ihr endlich mehr bekannt und als sie an einen Kreuzweg kam, musste sie sich Mühe geben, nicht selbst zu weinen, als sie den müden Bruder mahnte, komm nur, Heinzel, sei brav, ich glaube, da rechts geht's weiter, wir sind gewiss gleich im Dorf. Der Weg aber, der rechts abbog, führte stundenlang weiter, ohne dass ein Dorf zu sehen war. Stattdessen schimmerte es auf einmal silberhell durch die Bäume, und das kleine Mädchen, das noch nie ein größeres Wasser als den Dorfbach gesehen hatte, sagte ganz lustig, du Heinzel, ich glaube jetzt kommen wir ans Meer. Da horchte das müde Kind neugierig auf, vergaß Hunger und Müdigkeit und ließ sich so schnell weiterziehen als Lorle nur wollte. Als sie aber durch die Stämme hindurch kamen, sahen sie ganz verdutzt einander an. Die silberne Fläche, die Lorle für das Meer gehalten hatte, war nichts anderes als ihre liebe alte Waldwiese, auf der zarter Nebelduft lagerte und auf deren Gräsern und Blüten jetzt unzählige Tautropfen perlten, die der volle Mond mit seinem schimmernden Licht übergoss, sodass das Ganze wirklich einem leise wogenen Meer von flüssigem Silber glich. »Nun finde ich den Weg, ein zweites Mal verirre ich mich nicht«, sagte Lorle. »Komm, Heinz, wenn du müde bist, so trage ich dich ein Stück. »Ja, trag mich«, rief Heinz und streckte ihr die dicken Händchen entgegen. Umsonst aber versuchte sie den schweren Jungen, der nur drei Jahre jünger war als sie selbst auf den Rücken zu nehmen. Und wie sie sich nun ängstlich und bekümmert nach Beistand umsah, gewahrte sie plötzlich einen seltsamen glänzenden Lichtstreif, der wie ein helles Band vom Mond bis auf die Wiese reichte. Auch der Knabe sah es, als er durch die Zweige des Haselstrauchs blickte und sagte, »Schau nur, Lorle, das Treppchen! Und wirklich, je genauer Lorle hinblickte, desto deutlicher sah sie's. Eine richtige schmale Silbertreppe war vom Mond auf die Wiese gebaut. Während die Kinder noch sprachlos auf das Wunder starrten, kam mit der Schnelligkeit eines Eichkätzchens ein kleiner Mann auf den winzigen Stufen herab. Er war nicht größer als Heinz, aber runzlig und alt, trug einen langen, silberweißen Bart und ein silbernes Käppchen auf dem Haar. Auch sein kleines Gewand war ganz von Silberstoff. Trotzdem sah er ganz und gar nicht aus wie ein Prinz oder ein vornehmer Herr. Das Schurzfell, das er trug, gab ihm eher das Aussehen eines Handwerkers, etwa eines Schusters oder Zimmermanns. Schnell wie ein Blitz huschte der kleine Mann, sobald er unten angekommen war, über die Wiese, zog ein winziges Messer aus der Tasche und begann von dem Pfannenhütchenbaum am Waldrand eifrig und hastig eine Handvoll Zweige abzuschneiden. Darauf huschte er so schnell wie er gekommen war, wieder nach dem silbernen Treppchen zurück und stieg, ohne zu verschnaufen, hoch, hoch empor, bis ihn die Kinder nicht mehr zu sehen vermochten. Dem kleinen Heinz hatte die ganze Sache außerordentlich gut gefallen. Komm schnell, sagte er, indem er sein Schwesterchen nach der Treppe zog. Wir wollen auch da hinauf. Ach nein, Heinzel, wir müssen heim. Was denkt sonst die Mutter, die schon lange auf uns wartet? Aber ungeduldig zerrte das Kind an ihrem Röckchen und bat, bis sie ihm widerstrebend nachgab und sich dem seltsamen Treppchen näherte. Sie konnten es ihr einmal in der Nähe betrachten. Heinz sprang voraus. Kaum aber hatte der Kleine den Fuß auf die unterste Sprosse gesetzt, als eine unsichtbare Hand die ganze Treppe in die Höhe zog, so dass Heinz, der schnell herabsprang, gewiss tüchtig auf die Nase gefallen wäre, wenn ihn das gute Lorle nicht noch glücklich aufgefangen hätte. War das ein Schreck. Heinz schrie entsetzt auf, verzog schon den Mund und drückte die Augen zu, um laut aufzuweinen, als er zu seinem Trost vom Walde her die Stimme des Vaters hörte. Der ausgezogen war, die Kinder zu suchen. Lorle antwortete mit einem hellen Jubelschrei und bald darauf hing sie froh und beruhigt an seinem Halse. Schnell ging es nun auf dem nächsten Weg dem Dorfe zu. Das Bübchen schlief auf des Vaters Arm und Lorle, die seine Hand umklammerte, erzählte beim Gehen ihr Erlebnis auf der Waldwiese. Das hast du geträumt, sagte der Vater und lachte sie aus. Die Mutter zu Hause meinte dasselbe, aber Lorle glaubte es nicht und auch der Junge beteuerte am anderen Morgen, er habe das Treppchen und den kleinen Mann mit dem Schurzfell wahrhaftig gesehen. Als der nächste Tag zu Ende ging und die Kinder im Dämmerlicht auf der Türschwelle saßen, um ihr Abendbrot zu verzehren, stand Heinz plötzlich auf, steckte den Rest seines Mahles in die Tasche und sagte ganz leise zu seiner Schwester »Ich gehe jetzt in den Waldlorle und suche das Treppchen. Erschrocken hielt ihn die Schwester an seinem Kittel fest. »Das geht nicht, Heinz«, sagte sie, »du darfst nicht allein in den Wald und abends schon gar nicht. So komm mit. Nein, nein, Bubi, du sollst das Treppchen nicht wiedersehen, denn siehst du's, so willst du hinauf und bist du einmal oben auf dem Monde, so tun sie dir gewiss ein Leid. Der kleine Junge schwieg eine Weile still, zog sein Brot wieder aus der Tasche und aß es nachdenklich bis zum letzten Krümchen auf. Dann ließ er sich von der Mutter zu Bett bringen, betete, machte die Augen zu und lag ganz still. Auch Lorle legte sich nieder, aber wie sie sich auch bemühte einzuschlafen, es wollte heute gar nicht gehen. Sonderbar Angst war es ihr ums Herz, und ein paar Mal trieb sie's aufzustehen und nach dem Brüderchen zu schauen. Der aber lag so still und rosig zwischen den weißen Kissen, dass sie sich endlich beruhigte und einschlief, nachdem sie ihr Abendgebet wohl zum zehnten Mal mit gefalteten Händen einhergesagt hatte. Am anderen Morgen weckte, als sich der erste Lichtstrahl durch die Kresse und Reseda am Fenster hindurch in die Kammer stahl, ein böser Traum das Mädchen aus ihrer Ruhe. Es war, als sähe sie in einer kleinen, ganz silberlichten Kammer ihr Brüderchen auf einem winzigen Schusterschemel sitzen. Das Männchen vom Mond stand vor ihm, mit einem bitterbösen Gesicht und unterwies es, in einen niedlichen silbernen Schuh mit silbernem Hammer kleine Zwecken zu schlagen. Das Bübchen schluchzte und stellte sich mit den kleinen dicken Händen über alle Maßen ungeschickt an. Für jede Zwecke aber, die es fallen ließ, zauste es sein leerer herzhaft an dem blonden Lockenbüschel, der ihm über die Stirn fiel. Dann schrie Heinzel jedes Mal erbärmlich auf und das kleine Mädchen schrie im Traume mit. Von einem besonders lauten Schrei wachte sie auf und lief nun mit bloßen Füßen an des Bruders Bett, um sich zu überzeugen, dass der Schelm gesund und heil darin lag. Aber das Bett war leer und das blaue Röckchen, das daneben auf dem Stuhl gelegen, die Strümpfe und die neuen Lederschuhe waren auch verschwunden. Im ersten Schreck brachte Lorle kein Wort hervor. Sie kniete neben dem leeren Bett nieder und schluchzte. Dann aber fasste sie sich ein Herz, weckte Vater und Mutter und alle drei machten sich nun auf, den bösen Jungen zu suchen, der so bei Nacht und Nebel davongelaufen war. Jeder suchte an einem anderen Ort, der Vater im alten Kloster Gemäuer, wo die Nester der wilden Tauben waren, die Mutter im Gärtchen hinter den Stachelbär hecken, das Lorle aber lief in ihrer Herzensangst auf die Waldwiese hinaus. Traurig und sorgenvoll kamen sie wieder nach Hause. Jeder hoffte den Kleinen nun daheim zu finden, aber er war nicht da. Keiner hatte eine Spur von ihm gefunden und er kam auch während des Tages nicht nach Hause. Der Glöckner und seine Frau liefen von Haus zu Haus, fragten und klagten, aber niemand konnte ihnen Auskunft geben. Alle Nachbarn und Freunde halfen ihnen nun suchen, denn alle hatten den hübschen Jungen ja so gern gehabt. Am wehesten war es aber dem Lorle zumute, sie wusste genau, dass keiner ihn finden könne. Er ist auf den Mond gestiegen und kommt nie wieder heim, klagte sie in sich hinein. Vater und Mutter, denen sie dasselbe sagte, als sie abends müde und traurig nach Hause kamen, schalten sie und nannten sie töricht. Aber als das Brüderlein gar nicht wieder kam und trotz aller Mühe auch nicht eine Spur von ihm zu entdecken war, so fingen sie selbst an, das Wunder zu glauben. Sie gingen nun in ihrer Betrübnis in hellen Nächten zuweil mit dem kleinen Mädchen auf die Waldwiese hinaus, um das Treppchen zu suchen. Dieses war jedoch ebenso wenig zu finden wie der arme Heinz. Das Lorle aber fühlte sich von einer geheimen Sehnsucht immer wieder nach der Waldlichtung hinausgezogen. Und einmal nahm sie sich beim Nachhause gehen einen jungen Trieb vom Pfaffenhütchen Strauch mit, von dem sie das Mondmännchen hatte pflücken sehen. Den pflanzte sie in ihrem Gärtchen ein und freute sich, als er bald darauf Wurzelt schlug, grünte, weiter sproßte und schließlich selbst ein Sträuchlein wurde, unter das sie sich setzte, wenn sie recht ungestört an das verschwundene Brüderchen denken wollte. Einmal war Lorles Mutter, die von all dem Gram blass und sich geworden war, zu einer Base über Land gegangen und Lorle war mit dem Vater allein zu Haus. Als dieser nun um Mitternacht von seinem Lager aufstand, um die Glocken zu läuten, wachte auch Lorle auf und weil es ihm in dem einsamen mondhellen Kämmerchen bange war, so schlich es hinter dem Vater drein in den Turm hinauf, an dem Glockenstübchen vorbei und von der allerobersten und schmalsten Stiege hinaus auf den vergitterten Ausbau, von wo man einen so weiten schönen Blick über das ganze Land hatte. Dort wollte sie den Vater erwarten und ihm sagen, dass ihr daheim so bange gewesen und sie ihn darum gefolgt sei. Weil sie nun im leichten Nachtrückchen mit dem flatternden Harder droben zwischen Himmel und Erde stand und die großen Augen zu dem leuchtenden Mond erhob, der über ihr im tiefen Blau des Himmels stand, da sah sie plötzlich einen mächtigen Vogel von oben herab nach dem Kirchturm zu flattern. Ein freudiger Schreck ergriff Lorle. Das war ja das Mond Männchen. Sie konnte es nun deutlich sehen, wie es flink und behend vom Dache her nieder kletterte. Nun sprang es auf den Ausbau herab, stand einen Augenblick neben ihr und eilte dann hurtig wie ein Wiesel an ihr vorbei durch das Treppentürmchen und in die gewundene Stiege hinab. Aber ebenso flink war Lorle hinter ihm drein. Es war ein förmlicher Wettlauf, Trepp ab, durchs Kirchentor und über die Straße bis an ihres Vaters Haus. Dann um das Haus ins Gärtchen. Das Mädchen immer wenige Schritte hinter dem Manne drein. Endlich im Pfaffenholzenstrauch stand der Kleine still. Da hatte ihn Lorle auch schon blitzgeschwind an seinem blanken Rock gefasst und rief tief erregt, Nun hab ich dich und lass dich nicht frei, bis du mir sagst, wo du den Heinzel hast. Der Kleine wandte dem Mädchen sein blasses, bitterböses Gesicht zu und sagte, Lass mich los, ich will mir ein paar Zweige pflücken, schnell, schnell, ich habe keine Zeit. Aber Lorle ließ ihn nicht los. Sie hielt seinen Arm fest und rief weinend, Nein, nein, erst schien sich der Kleine zu besinnen. Ist dein Bruder etwa mein nichtsnutziger Schusterjunge, der nichts lernen will und meine Treppe zerbrochen hat? sagte er barsch. Mein Bruder heißt Heinz und du hast ihn von der Waldwiese gestohlen, erwiderte Lorle. Dann stimmt's schon, knurrte das Männchen und fügte mit verschmitztem Lächeln hinzu, dann kannst du gleich mitkommen und ihn heimholen. Das Mädchen war zufrieden. Nun so komm und trage mir ein Bündel Pfaffenholz. Je mehr Vorrat ich habe, desto besser ist's. Damit begann er Ast um Ast von ihrem Strauch zu schneiden und dem Kinde aufzubürden, sodass dieses wie ein wandelnder Strauch hinter ihm dreinschritt. Ohne Aufenthalt ging es nun durch das totenstille Dorf dem Walde zu. Wer bist du denn eigentlich? fragte das Mädchen, nachdem sie ein Weilchen schweigend hinter ihrem Führer dreingerannt war. Der Schuster vom Mond, du Nase weiß, entgegnete das Männlein. Weshalb sollte mir sonst einfallen, zu euch hinab zu steigen und Pfaffenhölzer zu pflücken? Machst du denn Schuhe aus Holz? Schuhe nicht, aber Schuh zwecken, du Dummkopf! Ja, gibt es denn bei euch kein Holz? Nein, weder Bäume noch Sträucher noch Felder wie bei euch, brummte der Zwerg. Ja, wovon lebt ihr denn da? fragte das Kind in plötzlicher heißer Sorge um sein Heinzel. Das Schustermännchen zog seinen breiten Mund noch ein wenig breiter. Dann griff es mit der faltigen Hand in die Tasche, klapperte ein Weilchen darin herum und brachte dann ein Häufchen erbsengroßer Körner hervor, die blanken Hagelstücken glichen. Versuch einmal, sagte er, indem er einige dem Mädchen reichte und selbst eins zwischen seinen spitzen blitzenden Zähnen zerbiss. Die Körner waren süß und fein und Lorle, die wusste, wie gern ihr Brüderchen Zuckerwerk schläckte, lächelte, da sie ihn so wohl versorgt wusste. In stiller, froher Erwartung ging sie nun hinter dem putzigen kleinen Führer drein, der seine Beinchen so flink zu bewegen wusste, dass Lorle Mühe hatte es ihm gleich zu tun, ob gleich sie fast doppelt so groß war als er. Endlich, als der Wald, der sich stundenweit hinzog, schon Licht zu werden begann, hielt der Mondschuster vor einer großen, einsam zwischen niederem Fichtengestrüpp emporragenden Kiefer still. Warte hier, sagte er zu dem Mädchen, das mit heißen Backen und fliegendem Atem dastand und nun zusah, wie das Männchen schnell und sicher am Stamm empor kletterte und sich auf den Rand eines in der Krone hangenden riesigen Nestes stellte, aus dessen Innern sich alsbald der Kopf eines mächtigen Vogels mit roten Augen und großer Federkrause emporhob. Nur nicht faul greif, trag mich, sagte der Schuster. Was zahlst du mir heute? krächzte der Vogel. Ein paar Silberstiefel für deinen Nestling, entgegnete der Kleine, indem er ein paar Schuhe unter dem Schurzfell hervorzog, die für den kleinsten Menschen noch viel zu winzig gewesen wären. Der Vogel nahm die Schüchen in den Schnabel und betrachtete sie von allen Seiten. Dann ließ er sie ins Nest fallen, nickte, ließ den Schuster auf seinem Rücken behaglich Platz nehmen und probierte seine Schwingen. Da unten wartet noch eine, die mitreisen will, sagte der kleine Reiter auf Lorle deutend. Ich zahle dir ein paar Holz Pantoffel, wenn du sie mitnimmst, denn umsonst tust du's ja doch nicht. Das lässt sich hören, meinte der Greif und ließ sich vor dem erschreckten Kinde nieder. Der kleine winkte. Sie dachte an das Brüderchen und so stieg sie den klopfenden Herzens auf das seltsame Reittier, ganz voll von freudiger Erwartung des Wiedersehens. Als sie kaum die Arme um den Hals des großen Vogels geschlungen hatte, hob sich dieser auch schon empor, erst langsam und schwerfällig mit flatternden Flügelschlägen, dann schneller und schneller, bis endlich die Wiesen, Häuser und Wälder, die anfangs klein wie einer Spielzeugschachtel entnommen vor den Augen des Kindes gelegen hatten, unter ihm zu verschwimmen begannen. Endlich sah sie gar nichts mehr, nur der blasse blaue Mondnebel, der die Spätsommerluft erfüllte, umwallte sie. Sie schloss die Augen und legte ihre Wange fest an den weich befiederten Hals des Vogels. Da vergingen ihr die Sinne, als ob sie einschliefe. Wie lange der Flug nun von der Erde bis zum Monde gedauert, hat das Lorle nie erfahren. Sie kam erst wieder zu sich, als des Schusters unfreundliches »Steig ab« ihr in die Ohren gälte. Da hielt das Flügelroß vor einem kleinen, aus Silber schimmernden Steinen aufgeführten Haus, hinter dessen blitzenden Scheiben ein schmales, neugieriges Kindergesicht hervorlugte. »Heinzel, Heinzel«, jubelte die Kleine. Im Kopf war ihr's mit einem Male wieder klar. Sie schwang sich vom Rücken des Vogels herunter und eilte die Stufen hinan, die zu der zierlichen Eingangstür führten. Aber die Tür gab nicht nach, als sie zu öffnen versuchte. »Glaubst du, ich lass mein Haus offen stehen, dass der Geselle entwischen könnt?« murmelte der Schuster, indem er ein feingedrehtes Schlüsselchen aus der Tasche zog. Als das Schloss aufsprang, fielen sich die beiden Kleinen jubelnd in die Arme. Sie sprachen beide lange kein Wort, sondern schluchzten nur, lachten, küssten und streichelten einander. Der Schuster stand daneben und zankte über das törichte Getur, aber die armen Kinder hörten es gar nicht vor lauter Glück. Da schwieg er endlich, murrte nur noch ein wenig und gingen das Stübchen um die versprochenen Pantoffel zu suchen, weil der Vogel draußen unruhig zu krächzen begann. Lass den Greif gleich warten, er kann uns wieder mit hinunter nehmen, sagte das Lorle, als es hörte, wie der kleine Mann den Vogel ablohnte und ihm glückliche Reise wünschte. Da lachte der Schuster und auch der Vogel stieß ein sonderbares Krächzen aus, das sich ungefähr wie Gelächter anhörte, nickte dann dem Schuster zu, schwang sich mit ausgebreiteten Schwingen empor und flog darauf von dannen. Wie sollen wir denn nun nach Hause kommen? brachte das erschrockene Mädchen unter Tränen hervor. Gar nicht, eiferte der Zwerg. Denkst du, ich finde meine Pantoffel auf der Gasse, dass ich sie dem Greif als Bezahlung für dich gebe, um dich dann wieder freizulassen? Ihr seid jetzt beide meine Gesellen. Der Junge hämmert und zieht den Draht und du mit deinen spitzen Fingern kannst Zwecken schnitzen, dazu ist er doch zu ungeschickt. Das war eine schlimme Antwort. Die Kinder erschraken nicht wenig. Das Männchen aber rückte einen zweiten Schusterschemel zu dem kleinen Arbeitstisch, auf dem neben niedlichen silbernen Handwerkszeug weißschimmerndes Leder und feines Seidenzeug aufgehäuft lag, breitete dann das frische Pfaffenholz in der Ofenröhre aus und flankte Getrocknetes hervor, das er auf das Tischchen vor Lorle legte. Sie musste sich gleich hinsetzen und unter seiner Aufsicht Zwecken schnitzen, wobei er sie zuweilen heftig auf die Finger schlug, wenn sie zitterte und die Sache nicht machte, wie er es haben wollte. Auch dem Heinze ließ er nicht Ruhe, bis er wieder zu dem angefangenen Schüchen griff, in dessen Weiche Seide er die kleinen silberblanken Schnürösen einschlug. Tag für Tag saßen nun die Kinder in ihrem Arbeitswinkel, während das böse Männlein, das sonst die ganze Arbeit selbst zu tun hatte, zankend und kneifend dabei stand und sie unterwies oder die fertigen Schuhchen an Ort und Stelle trug. Hatte er dann beim Fortgehen die Haustür fest hinter sich zugeschlossen, so legten die verschüchterten Kinder für einen Augenblick Hammer und Draht beiseite, schmiegten sich aneinander und küßten sich zum Trost für all das Leid, das sie erfuhren. Klapperte dann aber ihr kleiner Hammer wieder auf den Sohlen, so klangen leise, scheue Hoffnungsworte dazwischen vom Wiedersehen mit den Eltern auf der fernen Erde, die des Nachts wie eine große leuchtende Sonne am Mondhimmel stand. So ging die Zeit in traurigem Einer leider hin und die Kleinen hätten von der Welt nichts gehört und gesehen, wenn nicht zuweilen einer der Mondleute in die Hütte gekommen wäre, um sich Schuhe anmessen zu lassen und die zwei fremden Gesellen anzustaunen, die im Vergleich zu ihrer eigenen Zierlichkeit groß und plump erschienen. Aus dem Geplauder der Kunden erfuhren dann die Kinder auch gar manches über das Leben auf dem Monde. Der war nicht weit und breit bewohnt Oberfläche bedeckten kahle, öde, seltsam gezackte Felsgebirge, zwischen denen Schaurige, Stille, dunkle Täler und steinige Ebenen sich dehnten. Kein rauschender Wald überkleidete die schroffen, strengen Formen der Berge. Weder lichtgrüne, bunt durchstickte Wiesen noch freundliche Rebengärten bedeckten die Hänge und die Täler. Kein Vogelgesang, kein Tierruf, kein Menschenschritt erscholl. Alles war schaurig still, glanzlos, freudlos und unbelebt, denn es fehlte das eine, was unsere Erde nährt und erquickt und zu einem so wechselvollen, schönen, lust- und farbenreichen Aufenthalt macht. Das Wasser. Weder Meere noch Flüsse noch Seen gab es auf dem Mond, Kein Regentropfen fiel vom Himmel auf ihn nieder und kein Tau netzte den ewig starren unfruchtbaren Boden. Nur eine einzige Stelle gab es auf dem ganzen großen Gestirn, wo ein hellglänzender Zauberquell der trockenen, rissigen Steinrinde entquoll. Rings um diesen köstlichen lebensspendenden Quell war nun ein winziges und emsiges Völkchen erblüht, das einen kleinen, von einem silberhaarigen König beherrschten Staat bildete. Dieser umfasste nicht mehr als sechs Straßen, die wie sechs Strahlen von einem runden Platz ausgingen, in dessen Mitte sich das aus zartem, durchsichtigem, bläulichem Gestein erbaute, mit sieben schlanken Türmen geschmückte Schloss erhob, vor dessen breiter Freitreppe der in Silber gefasste Quell sprudelte. Jeder der niedlichen Staatsbewohner hatte sein Amt und seine Pflichten, denn da es im Ganzen nur ein paar hundert Untertanen dieses Reiches gab, so musste einer dem anderen dienen, um das Ganze im Gange zu erhalten. Da gab es für jedes Handwerk nur einen Meister, einen Bäcker, der die süßen Kügelchen, von denen die Leute lebten, bug, einen Steinmetz, der die Schränke und Bänke aus Erz und Gestein zu bilden wusste, einen Töpfer, der die niedlichsten Gefäßchen formte, einen Silberschmied, einen Schneider, einen Schuster, der also eine sehr wichtige Person im Staate war, denn die kleinen Mondleute waren geeitel und hielten etwas auf feines Schuhwerk. Sie hatten alle ihren Teil bezahlt, um dem Schuster eine lange Leiter, die sich ineinander schieben und ausziehen ließ, kunstvoll aus Silbererz schmieden zu lassen, mit der er sich die Pfaffenhölzer von der Erde holen konnte, um die Schuhe fest und dauerhaft zu zwecken. Nun hatte der ungeschickte Heinzel, als er einmal zu entfliehen versuchte, das zarte Leiterchen zerbrochen und den größten Teil in den großen leeren Raum fallen lassen, der sich zwischen Himmel und Erde ausdehnte. Deshalb sahen die Mondleute immer gar grimmig nach dem Bürschchen hin. Sie hatten nun eine neue Leiter bestellen müssen, die sie gar viel kostete. Die Reise auf dem Rücken des Vogelgreifs war dem Schuster nur selten gestattet, denn der Riesengeselle war eigentlich auf der Sonne daheim und flog nur alle zehn Jahre auf einer großen Rundreise um die Welt über Mond und Erde hinweg. Hätten die Mondleute in traurigen Menschenkinder Gesichtern zu lesen verstanden, so hätten sie dem Knaben das Zerbrechen der Mondtreppe trotz alledem verziehen, denn der Ausdruck seiner blassen Züge war elend und jämmerlich geworden. Auch das Lorle wurde trotz der süßen Nahrung von Tag zu Tag blässer und schmäler. Als die Kinder fast ein Jahr lang auf dem Monde vertrauert hatten, gab es große Aufregung im kleinen Königreich. Die junge Prinzessin, von der die Mondleute immer viel Gutes zu erzählen wussten, sollte mit ihrem Vetter, dem alle die reichen Silbergruben auf dem Monde gehörten, Hochzeit halten. Der war ein schöner, schmucker Herr, der nicht zu stolz war, um sich selbst zu weilen, in der niedrigen Schusterstube sehen zu lassen und über die Anfertigung der hohen, mit faltigen Schäften und glänzenden Stulpen versehenen Stiefel, die er zu tragen pflegte, seine Befehle zu erteilen. Die Kinder lauschten stets entzückt auf, wenn sie von all dem Glanze, von den kostbaren silbernen Tischen, Stühlen und Betten, von den Silberstoffen, Silberblumen und den silbernen Kleinodien hörten, die der reiche junge Herr seinem Bräutchen geschenkt hatte. Es fehlte ihr nichts mehr als ein paar silberne Brautschuhchen und diese bestellte sich das Prinzesschen selbst bei dem alten grämlichen Schuster, dessen Stube von dem herrlichen Schimmer ihres mit Gold und Edelsteinen gestickten Gewandes, ihres flimmernden Schleiers und ihres reichen Schmuckes wie von strahlendem Lichte erhellt Nun wollte es aber das Glück, dass der Schuster an einem schrecklichen Schnupfen zu Bette lag. Da er aus den geschwollenen Augenlidern heraus die Zahlen auf seinem Zollmaß nicht erkennen konnte, so musste Heinzel vor der reizenden Prinzessin niederknien und das feine Füßchen, das unter dem Spitzenrande ihres silbernen Florkleidchens hervorschaute, der Länge und Breite nach messen. Nun nehmt euch zusammen Gesellen, dass ihr mir etwas Kostbares, einzig Feines zustande bringt, drohte der Schuster, als das Königskind samt seinem Hofstaat wieder davongerauscht war. Er stand auf und wollte eine Handvoll trockener Zweckenhölzer aus dem Ofenrohr langen. Aber siehe da, die letzten Hölzer, die noch darin gelegen, waren am Morgen zu Staub und Asche gebrannt, da der Schuster, um seinen Schnupfen zu kurieren, ein fürchterliches Feuer angesteckt hatte. Nun war guter Rat teuer. Die Schuhchen mussten bis zum anderen Abend abgeliefert sein, und der Schuster konnte, ob schon die neue Leiter seit drei Tagen fertig war, doch nicht auf die Erde hinabsteigen und seine Schnupfnase der kühlen Zugluft, die durch den Weltraum wehte, aussetzen. So musste er es wohl oder übel zugeben, als das Lorle sich anbot, die Zweige zu holen. Sie musste heilig versprechen, sofort wieder zu kehren, und als sicheres Pfand behielt sich das schlaue Männchen ja ohne dies den Heinzel zurück. Seine Nachbarn, die selbst viel zu furchtsam waren, um die gefährliche Reise anzutreten, legten die Leiter droben an, sodass ihre Endung richtig inmitten der Waldwiese aufschlug und schauten dem herabsteigenden kleinen Mädchen nach, bis es im Nebel ihren Blicken entschwunden war. Das Lorle wäre vor Entzücken beinahe von der Treppe hinab gestürzt, als sie nach langem Abwärtstrippeln plötzlich zwischen hellbetauten Tannenspitzen die perlende Grasfläche der lieben bekannten Waldwiese vor sich sah. Drunten im feuchten Gras fiel sie laut aufschluchzend vor Glück und Leid auf die Knie. Die Sehnsucht nach der alten seligen Zeit im trauten Vaterhaus kam ihr ans heiße Herz. Sie vergaß die Leiter und die Pfaffenhölzer und rief nur immer Vater Mutter Vater Mutter laut und inbrünstig in die stille Nacht hinein. Da geschah plötzlich etwas ganz Unerwartetes. Ein paar starke Arme hoben das weinende Kind aus dem Gras empor und liebe bekannte Stimmen jubelten. Sie ist es! Sie ist es! Das Lorle unser gutes liebes Kind! Das gab nun ein schnelles frohes Erzählen und Verstehen. Die Glöckners Leute waren, wie schon so oft von Sehnsucht und Hoffnung getrieben, gerade wieder des Spätabends auf die Waldwiese hinaus geeilt, um doch vielleicht endlich eine Spur ihrer Kinder zu finden. Nach so vielem vergeblichen Suchen und so zahlreichen Enttäuschungen war nun heute ihre Hoffnung erfüllt worden. Das war ein Jubel mitten in der schweigenden nebelfeuchten Herbstmond Nacht. Lorle berichtete schluchzend, was sie mit dem armen kleinen Heinz auf dem Monde erlebt hatte. Als sie nun auch ihr Versprechen erwähnen musste, heute noch mit dem Pfaffenhölzern heimzukehren, sagte der Vater, würde mich denn das Trepplein auch tragen, Kind? Du musst's probieren, antwortete die Kleine. Er tat es und die Treppe hielt wirklich. Ei, sagte der Vater lustig, ich komme mit, wir wollen dem Schlingel von Mondschuster eine mächtige Rute aus dem Pfaffenholz Gebüsch binden und hinauftragen, das wird ihm wohl den Schnupfen vertreiben. Und wie er's gesagt hatte, tat er's auch. Er stieg mit einem tüchtigen Büschel und seinem wiedergefundenen Kinder auf dem Arm richtig das lange Treppchen bis zum Monde empor, stieß droben gleich die gebrechliche Tür des Schusterhäuschens mit seinem derben Stiefel ein und zählte dem verschnupften Schuster, der am ganzen Körper vor Schreck zitternd dastand, fünfundzwanzig kräftige Hieber auf. Der Schuster jammerte, dass man es im ganzen Königreiche hörte, aber niemand wagte ihm zu Hilfe zu eilen. Da nahm der Vater die jubelnden Lieblinge auf den Arm und als er das Treppchen erreicht hatte, jubelte er leicht auf und stieg dann so rasch als er konnte mit ihnen wieder nach der Waldwiese hinab, wo die Mutter schon lange ihre harrte. Als die drei ziemlich unten angelangt waren, hörten sie ein heftiges Kreischen über sich in den Lüften. Das waren die Mondleute, die der Schuster zusammengerufen hatte und die nun den flüchtigen Gesellen nachsetzten. Voran trampelte der Mondschuster so arg in seinem Zorn, dass die Leiter zerbrach, als der Glöckner gerade den Fuß auf die Erde setzte. Ein gutes Teil fiel quer über die Waldwiese. Der Glöckner aber zerschlug die Stücke und Sprossen und gewann einen ganzen Sack voll Silber, für den erhandelte. Wohin der andere Teil der Leiter gefallen ist, weiß niemand. Jedenfalls ist er mitsamt dem bösen Schuster in den großen Spalt zwischen Himmel und Erde hineingepurzelt, denn seit jener Zeit ist niemand wieder vom Mond auf die Erde gekommen, um Pfaffenhölzer zu Schuhzwecken zu holen. Das Mondprinzesschen aber musste gewiss in Schlafpantoffeln zur Hochzeit gehen. Ein Winternachmittag von Frieda Schanz Über den beschneiten Dächern und Straßen der Stadt lag die bläuliche Dämmerung eines heiteren, klar kalten Winternachmittags. Es war Sonntag zwischen dem Christfest und dem neuen Jahr. Die Kirchenglocken tönten zum Schluss des Gottesdienstes von den hohen Türmen herab. Durch die Häuser rein lugte das bleiche Winterabendbrot und hoch am Himmel, gerade über dem gefrorenen Fluss, der die Stadt durchschnitt, stand die silberklare Sichel des Mondes. Auf dem Flusse tummelte sich jung und alt. Alles flog und schwebte, tanzte, purzelte und lachte. Man sah Studenten in ihren bunten Mützen, junge Dämchen im neuen Weihnachtsstaat, schmucke Offiziere, vor allem aber Scharen von Kindern, Arme und Reiche, Buben und Mädchen, alle noch überglücklich vom Zauber des Weihnachtsfestes und alle mit etwas angetan, was das Christkind ihnen gebracht. Sei es ein neues Federhütchen, eine neue Jacke oder das blanke neue Schlittschuhpärchen an den flinken Füßen. Am seligsten sah ein kleines Mädchen darein, ein blasses liebliches Ding im dunkelroten grau verbrämten Sammetkleidchen, das von einem rotbäckigen Jungen in einem eleganten Stuhlschlitten gefahren wurde. Eine warme Pelzdecke bedeckte die Knie der Kleinen. Das zarte Geschöpfchen sah aus, als ob es nur dazu da sei, ganz besonders geliebt, gepflegt und geschützt zu werden. In der Tat, Evchen Horstner war ein bleiches, kränkelndes Röschen inmitten eines bunten, strotzenden Blumenbeetes. Von fünf gesunden, kräftigen Geschwistern war sie die jüngste und die einzige, die durch Krankheit und Gebrechlichkeit ihren Eltern Sorge machte. Dass sie jetzt im Schlitten wie ein verzogenes Prinzesschen dahin fuhr, war nicht Trägheit oder Bequemlichkeit. Evchen konnte schon seit vielen Jahren nicht gehen, kaum ein paar Schrittchen von einem Ende des Zimmers zum anderen. Sie hatte als dreijähriges Kind plötzlich zu hinken angefangen und aus diesem anfangs leicht genommenen Übel hatte sich ein langes schmerzhaftes Leiden entwickelt, welches das arme Ding oft wochenlang im Bettchen zu liegen zwang. Die Ärzte hatten zuerst Heilung versprochen, aber Jahr um Jahr verging und trotz aller Badereisen und Kuren wurde das arme Beinchen nur immer steifer und schmerzte bei Gehversuchen nur immer mehr. Es war ein großer, großer Kummer für Evchens Eltern. Welch ein Glück, dass das kleine Mädchen so geduldig, so herzig und freundlich war. Sie hatte immer noch ein Lächeln des Trostes für ihr besorgtes Mütterchen und niemals kam eine Klage über den kleinen bleichen Mund, obwohl Evchen infolge ihres Leidens ja vieles entbehren musste, namentlich alle die lustigen Vergnügungen im Freien. Nur einmal hatte Bruder Arndt sie heimlich weinen sehen. Das schöne Haus, in dem Landrat Horstner mit den Seinen wohnte, lag nah am Fluss und seit der Winter nun mit Schnee und Eis und Lichtblaum Frosthimmel eingezogen war, tönte von der schimmernden Eisfläche Tag aus, Tag ein, so übermütiges Lachen, so heller Kinderjubel und so lockende Musik herauf. Bruder Arndt war immer einer von den tollsten. Er hatte schon als fünfjähriger Junge die ersten Schlittschüchen bekommen und sauste nun stolz und sicher über das Eis. Evchen gönnte ihm und allen anderen von Herzen ihre Fröhlichkeit. Aber einmal, als sie so allein am Fenster saß und auf das übermütige Gewimmel niederschaute, floss doch ein Tränchen nach dem anderen über das zarte Kindergesicht. Arndt stürmte damals gerade unvermutet ins Zimmer, um statt eines zerrissenen Schlittschuh Riemens ein anderes zu holen. Er war ein wilder, leichtfüßiger Patron, aber als er das verweinte, blasse Schwestergesichtchen sah, ward ihm das Herz doch auf einmal merkwürdig schwer. Er sagte nichts davon, dass er Evchens Tränen gesehen, aber er ließ auch den neuen Riemen legen, wo er lag, hing die Schlittschuhe an den Nagel und holte seine schönsten Spiele und Bilderbücher herbei, um der Kleinen einmal recht fröhlich die Zeit zu vertreiben. Als die Mutter mit den drei größeren Schwestern aus der Stadt heimkam, fand sie Arndt und Eva auf lustiger Wanderschaft bei Post und Reisespiel vereint. Sobald Evchen an diesem Abend schlief, brachte Arndt dem Vater unter verschämtem Augen blinzeln das blanke Zehn-Mark-Stück, das Onkel Eberhardt ihm am letzten Geburtstag geschenkt hatte. Vater, glaubst du, dass man hierfür ein Stuhlschlitten kaufen kann? Nun frage ich nur, wozu du den wieder haben willst. Nicht für mich, sagte Arndt schnell. Vater, sieh, ich laufe jetzt so gut Schlittschuh, ich glaube bestimmt, Evchen würde sehr viel Freude daran haben, wenn ich sie täglich ein Stündchen auf dem Fluss Schlitten führe. Wenn das Geld langte und ihr es erlaubt, möchte ich ihr gar zu gern ein Stuhlschlitten zu Weihnachten kaufen. Und sollen wir dir Leichtfuß wirklich das kranke Schwesterchen anvertrauen? fragte der Vater, dem Jungen scharf in das errötende Antlitz sehend. Er wusste nur zu gut, wie Arns Leichtsinn und Arns gutes weiches Herz immer miteinander im Streite lagen. Verlegen schlug der Knabe die Augen nieder, aber im nächsten Augenblick sah er mit entschlossenen strahlenden Blicken wieder empor. Vater, rief er, vertraut sie mir nur getrost an, ihr sollt sehen, die Mutter und du, dass ich auch ein kleines Opfer bringen kann. Ich will Wettlauf und Schneeballschlacht lassen, wenn ich Evchen fahre und an nichts denken als an sie. Versuchen könnt ihr's. Nun gut, und wenn es dir so heiliger ernst mit deinem Vorsatz ist, so glaube ich auch, dass dein Zehn-Mark-Stück langt, sprach der Landrat. Was meinst du, Mütterchen? Wir gehen morgen selbst und kaufen den Schlitten. Und der Schlitten ward wirklich gekauft und war so schön und kostbar wie der Schlitten der Schneekönigin im Märchen. Dass solch ein Prachtstück nur zehn Mark kosten sollte, kam Arnd ebenfalls etwas märchenhaft vor. Aber es musste doch so sein, denn der Vater trug sein lahmes Blondchen am Weihnachtsabend zuerst an diese Überraschung und sagte mit besonders mildem gütigem Gesicht Seh, das ist Arnds Geschenk. Wie das blasse kleine Gesicht da erglühte, wie die blauen Augen mit allen Weihnachtslichtchen um die Wette blitzten. Das blonde Köpfchen schmiegte sich an Arnds Gesicht und unter jubelnden Liebkosungen klang es immer wieder Lieber Arnd, lieber guter Arnd, ich danke dir, ach ich danke dir. So selig war dem wilden kecken Jungen noch kein Weihnachtsabend erschienen, so himmlisch hatte der goldglitzernde Tannenbaum noch nie gestrahlt, so feierlich hatten die Glocken draußen noch nie geklungen und gewiss so reich hatten ihn Vater und Mutter auch noch nie beschenkt und dabei die Freude auf Morgen. Morgen, Morgen, flüsterte er dem Schwesterchen noch zu, als sie ihn, schon in den weichen Kissen liegend, noch einmal dankbar mit ihren Armen umschlang. Und nun war der Morgen schon längst vorbei. Nun machten die Geschwister schon zum vierten Mal ihre Eisfahrt. Arnd hatte Wort gehalten bis heute. Er hatte Evchen vor allem Ungemach behütet und beschützt, hatte seine Kameraden rufen und locken lassen, so viel sie wollten und hatte an Schneebälle und Schneemänner nicht eher gedacht, als bis er sein Evchen wieder vor das Haustor gefahren und gewartet hatte, bis die alte Lehne gekommen war, um sie die Treppe hinauf zu tragen. Dann erst war er doppelt fröhlichen Hebens noch ein Weilchen zu seinen Kameraden hinüber geeilt. Heute war es etwas später an der Zeit als gewöhnlich, ehe die Kinder auf den Fluss kamen. Verwandte aus einer fernen Stadt waren eingetroffen, man hatte den lieben Tanten die Bescherung gezeigt und dann lange hin und her beraten, ob die Kinder überhaupt noch aufs Eis sollten, da Großmama die ganze Gesellschaft um 5 Uhr zu sich eingeladen hatte. Schließlich machte Arndt den besten Vorschlag, Evchen wie gewöhnlich ein Stündchen auf der Eisbahn und dann gleich zur Großmama zu fahren. Jubelnd stimmte die Kleine bei und auch die Eltern gaben ohne weiteres vertrauensvoll ihre Erlaubnis. Nun sank die Dämmerung schon immer dichter und tiefer her nieder und die schon rötlich erleuchtete Turmuhr der nahen Marienkirche zeigte halb 5. Noch 10 Minuten Evchen dann brechen wir auf sagte Arndt Ob gleich das Schwesterchen sich gerade heute über alle Maße vergnügte war Arndts Laune nicht die beste. Ein fremder schwarzlockiger Junge der im schwarzen Sammetanzug und keck umschlungenen bunten Schaltuch ganz besonders vornehm aussah schien es förmlich darauf abgesehen zu haben ihn zu reizen und zu necken. Fort während sausten Schneebälle von des fremden Hand geschleudert um Arndts Ohren. Wohin auch Stritt den Schlitten lenkte da kreuzte der Schwarzkopf seine Bahn. Neckende Worte wie faules Prinzesschen Feulchen und Prinz Tugend Sam schwirrten um die beiden her. Arndt musste seine ganze Kraft zusammen nehmen um Evchen nicht stehen zu lassen und dem Necker eine gehörige Tracht Schneeball Würfe auf den Rücken zu brennen. Wir gehen dächte ich sagte er endlich wieder. In dem selben Moment legte sich eine kleine Hand auf seine Schulter. Arndt Eva saust doch nicht so man möchte vorgegreif sein sein rief eine lustige Stimme ach Lilly du jauchzte Eva sieh doch wie gut ich's habe was sagst du dazu dass ich Arndt gern einmal ablösen möchte sagte die Kleine eine Freundin Evas mit fröhlichem Lachen du das lässt Arndt nicht zu meinte Eva schnell Ach was dreimal herum da wird Arndt gar nicht gefragt oder am Ende sagt er ganz gern ja Geld Stritt du hast die Schieberei jetzt gerade ein bisschen satt Oho nun erst Arndt war verlegen Jetzt eben hatte ihm vom jenseitigen Flussufer herüber ein wohl gezielter Schneeballwurf den ganzen Anzug weiß über stäubt Wahrhaftig er hielt es kaum mehr aus einmal nur wollte und musste er dem schwarzen denn kein anderer war natürlich der angreifer gewesen mit gleicher münze antworten wenn Lilly nun wirklich Evchen ein paar mal herum fuhr war es dann gar so schlimm Lilly sah ihn eben schämisch an nun machen wir bis morgen früh hier Station lustig drängte sie ihn vom Schlitten weg auf Wiedersehen an dieser Stelle also dreimal herum amüsiere dich unterdessen Arndt sah ein paar Minuten lang unentschlossen dem davonfliegenden Schlitten nach es war bestimmt ganz unrecht was er jetzt geschehen ließ aber was konnte Evchen passieren sie saß so gut eingehüllt und Lilly war eine so geschickte Läuferin dass sie den Schlitten gewiss so sicher lenkte wie er selbst schreckt wo blieben seine versprechen seine verlässlichkeit seine pflichttreue holla schlinge jetzt sollst dir aber nett gehen rief er plötzlich alle überlegung vergessend ein eiskalter Schneeklumpen traf ihn links an Ohr und Hals warte lerne mich nur erst kennen rief er blitzenden auges dem fremden jungen zu der die klirrenden Schlittschuhe schon in der Hand gerade im Leuchtkreis einer eben angezündeten Laterne auf dem längs des Flussufers aufgeschichteten Schneewald stand sturm schnell war Arnd in seiner Nähe und während von oben ein zweiter Ball auf ihn niedersauste hatte auch er schon eine Masse Schnee kunstgerecht zum Wurfgeschoss geballt wohlbekomm's rief er der fliegenden Kugel nach aber nur ein schallendes Gelächter tönte zurück musst früher aufstehen wenn du mit mir anbinden willst rief eine keckestimme der Schlingel war von seinem Schneeberg verschwunden weit jedoch konnte er nicht sein eben sauste aufs gerate wohl wieder eine Ladung Schnee über den Wall ich tränke dir schon noch ein rief arnd wütend schleuderte die Schlittschuhe von den Füßen hing sie schnell über die Arme und raffte die Hände voll Schnee wie ein Wiesel schwang er sich über die Schneegrenze auf die Uferstraße ein wohlgezielter Wurf und der Fremde hatte seine Ladung im Nacken aber fast ebenso geschwind pfiff auch schon ein Ball zu ihm zurück und riss ihm die Mütze vom Kopf Bravo Schneebataille rief der fremde Nase weiß und ohne Arnds Gegengeschoss abzuwarten warf er Schwung auf Schwung mit fabelhafter Sicherheit wohl ein halbes Dutzend Kugeln von denen mindestens die Hälfte das Ziel traf auf Arnd los diese hatte nun Schlitten Schwester Pflicht Überlegung kurz alles vergessen In echt jugendhafter Aufregung suchte er dem Angreifer gleich zu tun und beachtete es gar nicht dass er mit jedem Wurfe weit nachlief und sich immer weiter vom Flusse entfernte Endlich nach einem letzten glorreichen Wurf burg der böse Feind um die Ecke der Straße Arnd beide Hände voll Schnee lief ihm in atemloser Hast die lange Schlossgasse nach Der Schwarze dem die Verfolgung offenbar Spaß machte ließ den Kleinen immer noch an sich herankommen um dann wieder aufs neue blitzschnell anzugreifen endlich schien schien er ohne dass er seine Tracht bekommen ganz verschwunden ärgerlich warf Arnd seinen Schneeball weg um sich nun auf den Rückweg zu machen in demselben Augenblick aber fasste ihn jemand flachend von rückwärts da bin ich du hättest getrost das Ding noch ein bisschen aufheben können höhnte der fremde Junge und hielt den Kleinen fest am Arm Lass mich gleich los ich rate es dir sagte Arnd der nun erschrocken seiner versäumten Pflicht gedachte I bewahre bis jetzt haben wir uns gehauen und nun wollen wir uns vertragen du hast mir gleich gefallen komm mit zu mir ich wohne hier pass auf wir werden noch Freunde nur jetzt nicht drängte Arnd ängstlich schnell lass mich los ich muss nach dem Fluss zurück aber der ungestüme Patron hatte ihn schon in die hell erleuchtete Halle eines nahen Hausfluss mit hineingezogen sage erst ob du mein Freund werden willst rief er lustig und drängte den kleinen Arnd fest gegen die Wand jetzt sage ich nichts als lass mich sofort laufen oder oh bist du noch immer kampflustig nein nein ich gebe dich nicht frei du bist mein Gefangener und musst tun was ich von dir will abzwingen lasse ich mir nichts trotz der Arnd so bleiben wir hier stehen bis übermorgen spottete der Große ich habe Zeit aber ich nicht rief Arnd und strebte mit Gewalt los zu kommen noch ein Versuch äußerster Anstrengung und der Schwarzkopf flog zur Seite Arnd war frei wie vom Winde dahin gejagt lief er nun die Straße entlang der andere sah ihm verwundert nach und nach einem schnellen Blick auf seine Taschenuhr begann er gemütlich dem Entflohenen noch einmal nachzuschlendern um womöglich am Fluss noch ein paar persönliche Worte mit ihm zu sprechen Arnd kam glühend und atemlos an der Eisenbahn an mit schnellem Blick überflog er die Fläche mein Gott wo waren doch die Mädchen ja wahrhaftig Evchens Stuhlschlitten war nirgends mehr zu sehen Lilly wird sie nach Hause gefahren haben dachte er als er sich vom ersten Schrecken erholt hatte wie ein Pfeil fliegt er dem Hause zu so schnell dass er kaum aufblickt als er in der Nähe des Tores abermals auf den fremden Jungen stößt wohnst du hier fragte dieser ja ja ich hab jetzt keine Zeit und unter fast hörbarem Herzklopfen fliegt er die Treppe hinauf und zieht die Klingel ein neuer Schrecken kein Mensch macht ihm auf so sind alle schon fort die beiden Dienstmädchen sind ausgegangen aber Eva eine unbeschreibliche Angst steigt in ihm auf dennoch findet er gleich einen Ausweg Lilly wird sie zur Großmutter gefahren haben die ja in Lillys Nähe wohnt aber das schrecklichste bleibt er muss seinen Eltern unter die Augen treten und sie wissen nun dass er das Schwesterchen im Stich gelassen und seine Pflicht versäumt hat die Sehnsucht Evchen wiederzusehen ist jedoch größer als die Angst vor der Strafe so schnell ihn seine Füße tragen eilt er durch die nun völlig dunkle Stadt dem Hause der Großmutter zu als er dort die Klingel zieht hört er aus verschiedenen Stimmen heraus der Mutter Worte Gottlob sie kommen gleich darauf öffnet sich die Tür ist Eva hier ruft er der Mutter zu ein Angstruf tönt ihm entgegen um Gottes Willen Eva wo ist Eva du bringst sie nicht aus dem Gesicht der armen Frau ist alle Farbe gewichen mit Mühe hält sie der Landrat der nun auch aus dem Zimmer tritt aufrecht Sein Blick voll Vorwurf und Angst trifft Arnd schlimmer als tausend Worte der Strafe stotternd und stammelnd bringt der Junge seine Entschuldigungen vor eine allgemeine Verwirrung entsteht die Großeltern und die großen Schwestern kommen herbei alles ruft klagt und jammert durcheinander ich werde Eva suchen beruhige dich Mütterchen es kann ihr nichts geschehen sein sagte der Landrat und eilte die Treppe hinunter die Schwestern erbieten sich gleich zu Lilly zu laufen die Mutter bittet den Großvater sie in ihre Wohnung zu begleiten falls jemand Eva bringen sollte verzweifelt jagt Arndt dem Vater nach und fast flehend seine Hand aber der Vater stößt sie zurück bitt bitte Gott dass er deinen Leichtsinn verzeiht sagt er so streng und ernst wie er noch nie zu einem seiner Kinder gesprochen der erste Weg des Landrats ist nach dem Fluss mit bebender Stimme fragt er hier einen der wachhabenden Schutzleute ob sie den Schlitten den er genau beschreibt mit dem kleinen Mädchen gesehen eine furchtbare Auskunft wird ihm zuteil der Schlitten mit der Kleinen stand eine Zeit lang ohne Führer da weshalb ein paar lustige junge Leute sich den Scherz machten ihn fortzuschieben dabei fiel das leichte Fahrzeug um und das Kinn verletzte sich augenscheinlich sehr denn sein Köpfchen blutete ein zufällig am Fluss vorübergehender Herr der sich als Arzt auswies nahm die kleine Verwundete gleich in einer drosch gemützig in seine Wohnung wo ist er wo ist seine Wohnung fragte der Landrat atemlos ich weiß es nicht mein Kollege hat sie wohl aufgeschrieben so wie ich ihn treffe werde ich ihnen die Adresse senden freilich bis dahin können Stunden vergehen Stunden welch eine Aussicht stundenlang harren und warten in dieser schrecklichen Ungewissheit Wie gebrochen stieg der Landrat zu seiner Wohnung hinauf um seine armen Frau so schonend wie möglich die traurige Kunde zu bringen Arndt der arme Sünder ging leise und bitterlich schluchzend hinter ihm drein droben verfloss nun in Jammer Angst und Qual die traurigste Viertelstunde die Arndt je verlebt alle Verwandten hatten sich eingefunden die Schwestern hatten von Lilly die Nachricht gebracht dass diese den Schlitten weil sie zu bestimmter Stunde nach Hause musste an der verabredeten Stelle habe stehen lassen welche Vorwürfe und welch bitteren Tadel es nun auf Arndt regnete das ist kaum zu beschreiben wie eine Erlösung tönte endlich der Ruf der Klingel durch die Wohnung ist hier der Knabe zu sprechen der nachmittags ein kleines Mädchen Schlitten fuhr fragte heftig eine helle Knabenstimme Arndt hatte sie sofort erkannt allen voran flog er hinaus da stand wahrhaftig da stand er der böse Schwarzkopf von heute Nachmittag was wollte er und jetzt kam er als Bote von allen Seiten umringte ihn die Familie schon mit Fragen du bringst Nachrichten von ihr was ist geschehen wo ist sie sage uns welches Unglück hat Arndt Leichtsinn verschuldet nicht er sondern ich habe schuld antwortete der Knabe mit tiefem Ernst ich war sein Verführer aber Gott lobt das Unglück ist nicht schlimm ich bringe ihnen eine Empfehlung von meinem Vater dem Doktor Lenius er hat das kleine Mädchen mit nach Hause gebracht und kann ich ihnen in Vaters Auftrag die Nachricht bringen die kleine Stirnwunde sei nicht gefährlich die kleine sei schon aus ihrer Ohnmacht erwacht aber gleich darauf fest eingeschlafen hoffentlich sei morgen alles gut Gottes Lob Gott sei Dank tönte es aus aller Munde die arme Mutter lag in des Vaters Arm und schluchzte vor Aufregung und Freude wie eine Erlösung fiel die gute Kunde nach der langen schweren Angst in alle Herzen Du führst uns zu ihr nicht wahr fragte der Landrat den Knaben Lass auch uns mit baten die Mädchen Ach und mich und mich fügte Arnd ganz in Tränen aufgelöst hinzu Arnds Bitte schien der Landrat gar nicht zu hören Wartet ihr nur hier wir kommen bald wieder beschied ihr Als Arnd seine Mütze ergriff um mit zur Tür hinaus zu schlüpfen sah ihn der Vater groß und verwundert an Was fällt denn dir ein sagte er streng Nein mein Bürschchen Du hast ganz und gar nichts bei Eva zu suchen und kannst warten bis wir dir erlauben sie wieder zu sehen Er schob den Knaben beiseite und eilte hinaus der Mutter nach die schon in fliegender Mit bitterlichem Weinen brach Arnd im dunklen Winkel des still gewordenen Korridors zusammen Da schlang sich plötzlich ein Arm weich und zärtlich um seine Schultern Lass gut sein Arnd ich bin schnell noch einmal umgekehrt verzweifle nicht deine Eltern werden dir verzeihen ich will sie so lange bitten und flehen bis sie es tun flüsterte ihm eine treuherzige Knabenstimme ins Ohr Ich du und ich will nichts verschweigen gib Acht wir werden noch die besten Freunde ich weiß etwas ich weiß etwas und als Arnd sich gar nicht beruhigen wollte fügte er schnell hinzu so hör nur aber keinem Widersagen habt ihr nie etwas von Dr. Lenius gehört dem Doktor der schon tausende von lahmen und kranken gesund gemacht seit acht Tagen sind wir erst hier und hör mal Arnd ich glaube es ist wahrhaftig ein großes großes Glück dass der Vater dein Schwesterchen gleich zu sehen bekam er hat sofort gesehen woran es fehlt und ich selber hab es gehört Juche ich hab es gehört wie er sich über sie bückte und leise sagte arme kleine ich verspreche es dir ich mache dich ganz gesund nun aber ade ich soll ja deinem Vater unsere wohnung zeigen die herrliche hoffnung die fritz lenius in dem traurigen herzen des reugen arnd entzündete hat sich bewährt ev horstner läuft und springt jetzt umher geht morgens mit ihrem bücher renzchen zur schule und spielt ball und greif spiel wie alle anderen kleinen mädchen der gute doktor lenius hat sie gar nicht eher aus seinem hause wieder fort gelassen als bis sie stolz zu fuß in ihr heim zurück kehren konnte durch eine schwierige fast wunderbare operation hatte er es soweit gebracht ev jens eltern sind keinem menschen in der welt dankbarer wie dem gütigen barmherzigen edlen und geschickten dr lenius dass bei dieser glückseligen wendung der dinge auch arnd endlich verzeihung fand wird niemand wundern schnell haben ihm die eltern seine schwere schuld nicht vergeben aber fritz lenius sein neuer freund und schulgenosse wusste immer aufs neue so rührend für ihn zu bitten und arndt und verändern so ernst so nachdenklich und pflichttreu dass vater und mutter das richtige zu tun glaubten als sie in der freude über evtjens genesung auch ihn wieder zärtlich und verzeihend ans herz zogen die besserung hat bis heute nachgehalten und arndt ist nun schon ein großer junge von fünfzehn jahren dass er so tüchtig so ernst und pflichttreu bleiben wird glaube ich ganz bestimmt denn er hat sich vorgenommen einst den herrlichen beruf des dr linius zu wählen und dass dieser nicht bestehen kann ohne die größte zuverlässigkeit und pflichttreue das hat er lange eingesehen danke fürs zuhören wenn dir die märchen gefallen haben und du noch nicht schläfst würde ich mich über einen daumen nach oben und einen kommentar freuen und falls du noch nicht schlafen kannst findest du hier eine weitere märchensammlung bis bald